Hallo, dass ihr alle da seid. Wer Lust hat, kann sehr, sehr gerne schon sich vorstellen, sagen, wo ihr alle herkommt. Faucht euch gerne schon aus. Könnt ihr mich denn gut hören? Genau, es sind alle auf stumm eingestellt. Die liebe Conny ist auch schon im Hintergrund. Ihr könnt mich gut hören und gut sehen. Das ist schon mal die beste Voraussetzung. Da ist die liebe Vicky mit dabei. Genau, ihr dürft gerne im Chat teilnehmen, im Chat euch einbringen, euch austauschen, euch schon mal vorstellen. Und so lange schaue ich mal eben kurz, ob es bei YouTube auch geklappt hat. Ella, vielleicht kannst du mir mal kurz Bescheid geben oder vielleicht auch Conny aus meinem Team, ob ich zu sehen bin bei YouTube. wäre sehr hilfreich. Liebe Ella, vielleicht kannst du mir kurz Bescheid. Guck auch mal bei YouTube rein. Ah, ja, ja, da bin ich zu sehen. Sehe ich selber gerade. Es ist immer so lustig, weil das ist so zeitverzögert. Nur es scheint gut zu funktionieren. So muss es sein. So, dann würde ich sagen, vertreiben wir uns nur schön die Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Zehn Minuten noch. Ich sehe schon, hier sind Menschen von überall her. Conny schreibt, YouTube klappt auch. Ja, ich bin sehr nervös, liebe Celine, weil, wisst ihr, warum ich eigentlich immer nervös bin? Ich bin wegen den Themen nie nervös, sondern ich bin immer nervös wegen der Technik. Und das wird, glaube ich, nie aufhören, weil ich habe da auch echt schon doofle Erfahrungen gemacht. Ich war früher nicht bei Zoom, sondern bei einem anderen Anbieter. Und da gab es immer wieder auch technische Störungen. Und ich freue mich immer wirklich richtig auf das, diese ganzen Themen zu verbreiten. Und mit euch über die Themen, die mir so am Herzen liegen, zu sprechen. Nur, dass wirklich die Technik durchgehend läuft, das ist etwas, was mich jedes Mal auch schon höchste Anspannung bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr selber auch viel mit Technik zu tun habt, weil das ist ja sowas, was man nicht beeinflussen kann. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Nathalie aus Kaufbeuren. Hallo. Ja, ich wurde nämlich gerade schon gefragt, ob ich nervös bin. Ja, wegen der Technik. Es scheint ja alles wunderbar zu funktionieren. So soll das sein. Warum habt ihr euch denn angemeldet zum Webinar? Würde mich jetzt trennend interessieren. Und wie alt sind eure Kinder? Das ist nämlich auch immer so eine gute Orientierung, um auch gute Beispiele machen zu können, die auch auf das Alter eurer Kinder zutreffen. Ich werde natürlich Beispiele für alle Altersphasen machen. Und das ist immer ganz schön zu wissen. Ich sehe schon hier, die Kleinkinder sind gut vertreten, auch die Grundschulkinder. Genau, so ab zwei Jahren fängt sie auch so richtig an mit dem Grenzenssätzen und dann wird es ja auch immer komplexer, je mehr die Kleinen anfangen zu diskutieren. Zehn Monate, wow, da ist jemand früh dran. Nur auch da kann es durchaus schon losgehen. Hier haben wir einige in der Wackelzahn-Pubertät. Cora sagt, ah, du warst schon im Fachkräftekurs. Schreibt mir doch gerne, ob ihr mich schon kennt oder ob ihr neu dazu gestoßen seid, weil ich weiß, dass einige von euch auch schon viele Kurse bei mir gemacht haben und mir schon ganz lange ganz treu folgen und immer wieder auch in meinen Angeboten teilnehmen. Hier haben wir auch einige, die so acht, neun Jahre alt sind, die Kinder. Auch ein paar Teenies sind mit dabei. Genau, das Mikro ist definitiv aus, also es ist gar nicht möglich bei der Webinarfunktion, es sei denn, ich schalte jemand von euch wirklich mit Audiofunktionen dazu, nur das werde ich heute Abend nicht machen. Also von daher seid ihr ganz sicher, ich kann euch nicht sehen, ihr könnt auf dem Sofa rumlungern. Ihr braucht euch nicht mehr die Haare kennen, euch kann heute keiner sehen. Hier ist die Mensch schon ganz lange mit dabei. Ich sehe schon, es kommen mehr und mehr Menschen mit dazu, je näher es Richtung 8 Uhr geht. Es haben sich tausende von Menschen angemeldet. Ich bin einfach völlig überwältigt, wer in den letzten drei Tagen noch so viele Anwendungen kamen, als hätte es irgendwo so ein Loch aufgemacht und dann hat sich die ganze Welt angemeldet. So hat sich das angefühlt. Und so schön, dass ihr jetzt alle schon da seid. Katha hat Kinder 7 und 4 Jahre, Vivian 3 Jahre. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Zeit auch schon nutzen, um euren Namen umzuändern. Also falls ihr irgendwie mit Vor- und Nachnamen drin seid im Chat, könnt ihr gerne noch die Funktion nutzen bei Teilnehmer und euren Namen umändern, falls ihr nur mit einem Pseudonamen oder nur mit dem Vornamen zu sehen sein möchtet. Einfach aus Datenschutzgründen. Genau, Vivian, das Mikro ist definitiv aus. Hier haben wir auch Erzieherinnen dabei. Auch das freut mich. Ich habe ja auch einen großen Fachkräftekurs für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Und das Tolle ist, dass dieser Fachkräftekurs jetzt dieses Jahr verbreitet wird in ganz vielen Einrichtungen und Schulen, weil inzwischen schon viele pädagogische Fachkräfte, die mitgemacht haben, gerade ein großes Verbreitungsnetzwerk aufbauen, weil sie merken, dass der Fachkräftekurs ihnen so geholfen hat, bedürfnisorientiert mit den Kindern umzugehen. Und es ist so verrückt, weil ich immer gesagt habe, irgendwie Vertrieb machen sollte ich vielleicht auch mal und so was. Und dann kamen alle, die den Kurs gemacht haben oder ganz, ganz viele davon auf mich zu und haben gesagt, sie unterstützen mich. Und jetzt habe ich da ein großes Netzwerk an Menschen, die auch die Bedürfnisorientierung in die Einrichtungen tragen, was natürlich Gold wert ist, weil ja gerade auch Erzieherinnen und Lehrkräfte viel Unterstützung brauchen mit diesen großen Gruppen. Ich war selbst ja auch lange Lehrerin und war viel als musikalische Früherzieherin in Kitas. Und es ist einfach eine riesige Herausforderung, Grenzen zu zeigen, Liebe zu führen in großen Gruppen. Und deswegen freut mich das riesig, dass das verbreitet wird. Och Gott, Céline, vielen Dank für deine Glückwünsche. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe tatsächlich einen Verlag gegründet, den Nala Verlag. Und die Entscheidung für das Logo ist gefallen, dank eurer Abstimmung. Und ich bin ja immer noch selber total überwältigt, weil diese Verlagsgründung ein absolutes Herzensprojekt war. Und ich erzähle euch ganz kurz, solange wir noch Zeit haben, die Geschichte dazu. Ich war in Costa Rica im Urlaub und dann hat eine ganz enge Freundin von mir angerufen, die wunderschönen Kindergeschichten schreiben kann. Und hat gesagt, oh, ich habe Kindergeschichten geschrieben und ich würde die so, so gerne veröffentlichen und vielleicht ein Manuskript beim Verlag einreichen. Und sie hat auch alle meine Kurse gemacht und ist Meisterin der Bindungs- und Bedürfnisorientierung. Und wenn ich ihre Geschichten lese, da schlägt mein Herz immer höher, weil Konflikte eben auf Augenhöhe gelöst werden und die Bedürfnisse der Kinder in den Kindergeschichten angesprochen werden. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, du gehst nicht zu irgendeinem Verlag. Ich gründe einen Verlag. Und da ist es so geboren, diese Idee im Urlaub. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ja, das ist oft bei mir, wenn ich im Urlaub bin und dann endlich mal nichts arbeite, dann ist es ja so, dass man kreativ wird. Und dann dachte ich mir ja, da ich ja so oft auch Vorworte für Kinderbücher schreibe oder auch Kinderbücher rezensieren darf oder auch Statements zu Kinderbüchern abgeben darf, dachte ich, okay, dann habe ich halt eigentlich einfach einen eigenen Kinderbuchverlag. Und so ist diese Idee geboren. Und ich bin da immer noch so ganz, ja, ganz glückselig, weil ich auch gerade gefühlt jeden Tag fünf Bewerbungen bekomme, auch von Müttern oder auch von Lektorinnen und Illustratorinnen, die sich melden und gern arbeiten möchten für den Verlag. Also ich bin da immer noch ganz überwältigt. Ja. Ich freue mich über alle Bewerbungen. Schickt sie mir euch. Ich bin also jederzeit offen für Bewerbungen, weil das Team natürlich jetzt nach und nach auch ausgebaut wird. So, ich sehe hier. Mein Sohn ist ein Jahr und vier Monate alt. Da bist du auch noch gut früh dran, Baha. Das ist wunderbar. Dann kannst du auch gleich in die Umsetzung kommen. Caro hat mein Buch bestellt gerade erst. Ich danke euch sehr für die Angabe, auch wie alt eure Kinder sind. Hier strudeln mehr und mehr Menschen ein. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten. Ich glaube, heute Abend werden auch viele nicht live dabei sein, sondern vielleicht sich auch die Aufzeichnung angucken. Das ist auch wunderbar. Dann bleibt am Schluss vielleicht mehr Zeit für die individuellen Fragen. Und ich habe übrigens auch viele Fragen von euch im Vorfeld bekommen. Ihr habt ja fleißig kommentiert unter dem Instagram-Beitrag. Die ganzen Fragen bin ich heute durchgegangen. und habe versucht, einige davon aufzugreifen, wirklich auch als direkte Frage in meinem Vortrag, um auf vieles bereits im Vortrag einzugehen. Hier sind auch einige Zwillingseltern am Start. Da ist das Grenzenzeigen ja auch besonders herausfordernd, weil die Rivalität unter den Zwillingen ja oft auch groß ist. Genau, eure Mikros sind aus, Kamera ist aus. Ihr dürft euch zurücklehnen, euch es gemütlich machen, euch eine Decke holen, was zu trinken. Die Maren schreibt, die Große ist sieben und zwei. Thomas ist auch mit dabei. Herzlich willkommen an alle, die hier gerade so einstrudeln. Wir schreiben gerade in den Chat, wie alt die Kinder ungefähr sind, damit ich so ein bisschen darauf eingehen kann und so eine Tendenz kriege, welche Beispiele ich machen kann. Oh, Doro, du hast schon erwachsene Kinder, 19 und 17. Mensch, da hast du schon viel geschafft. Und noch ein sechsjähriges Kind. Woher kommt ihr denn alle so? Wer möchte sich das gerne noch vorstellen? Haben wir hier eher Süden oder Norden am Start? Oder Schweiz oder Österreich? Oft sind auch viele Schweiz und Österreich dabei. Oh, Wien, Stuttgart. Wir hören überall her. Vom Bodensee, da komme ich her. Ich komme, wenn ich schwer bin. Immer mal wieder drückt es leider durch. Ich kann es mal einfach nicht bebergen. Das trifft man oft an den Vokalen. Ich habe eine Zeit lang Gesang studiert und dann musste ich deutsches Kunstlied singen. Und dann meinte damals mein Gesangslehrer, also dieser Dialekt, das geht einfach nicht. Da muss ich irgendwie Schubert singen. Und dann war da mein schwäbischer Dialekt. So wurde er mir dann mehr und mehr aberzogen. Nur manchmal drückt es halt trotzdem durch. Ich sehe schon, hier sind so ein paar Schwaben. Ich bin totaler Österreich- und Schweiz-Fan. Freue mich immer, wenn ich jemanden aus der Schweiz oder aus Österreich sehe. In Basel war ich das ja schon. Mein Gott, ich liebe Basel. Da bin ich immer reingeschwommen mit diesen Wickelfischen da. Das war mega. Oh, es ist Ravensburg, ist jemand dabei. Ich bin ja ursprünglich Ravensburgerin. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war, für alle Ravensburger, in Ravensburg auf der Schule. Und komme da vom Land aus der Gegend. So, ich sehe schon, wo ist denn Niederheim? Das kenne ich gar nicht. Niederheim, ah, Nordrhein-Westfalen, Berlin. Oh, Weingarten, da habe ich im ersten Jahr studiert. Seit Weingarten an der PH habe ich ein Jahr lang Pädagogik studiert und bin dann nach München gegangen. So, jetzt wird es langsam 8 Uhr und wir starten drünglich. Ach, Annika, du kommst aus Beinfurt. Das gibt es ja nicht. Was war denn noch mein Beinfurt? Also es ist auf jeden Fall ja nicht weit weg. Ich komme aus von Hoffen ursprünglich. Für alle, die wirklich aus dieser Gegend kommen. So, Ostallgäu ist mit dabei. Bamberg. Oh, Bamberg soll so schön sein. Ich wohne ja jetzt inzwischen in Nürnberg. Und, also Nürnberg und München, beide Städte. Ich habe in München noch meine Praxis und auch noch eine kleine Wohnung. Und, also ich habe mich ja anfangs, war es echt schwer von München nach Nürnberg. Inzwischen habe ich mich akklimatisiert und finde die Stadt wirklich sehr, sehr schön. Aus Fürth ist auch jemand da, das ist auch näher Nürnberg. Tegernsee hatte ich dieses Jahr einen ganz spannenden Vortrag über Lernen. Da war ich auch in so einem schönen Hotel untergebracht. Das war auch ein wunderschöner Morgen mit ganz vielen Eltern. Wow, da sind jetzt viele Menschen mit dabei. Jetzt sehe ich langsam die Zahl. Es steigt und steigt. Und, Conny, vielleicht kannst du einmal noch mal kurz einen Blick zu YouTube werfen, ob da auch noch alles klappt. Weil dann starten wir nämlich. Langsam fährt mein Puls runter. Die Technik scheint zu funktionieren. Nina und Tobi aus Ingolstadt. Schön, dass ihr dabei seid. Regensburg. Das ist so eine schöne Studentenstadt. Da hat ein Kumpel von mir studiert. Da war ich früher auch. Die Ravensburger sind vertreten. Das ist immer wieder unglaublich. Stellt euch jetzt mal kurz vor. Ich liebe diese Vorstellung. Wir wären alle zusammen in einem Raum. Tausende von Menschen in einem Raum. Tausende von Menschen, die sich dafür interessieren, Kinder liebevoll zu begleiten. Ich finde, diese Vorstellung ist einfach großartig. Und aus Nürnberg ist hier jemand. Ich wohne in Maxfeld. Maxfeld, vielleicht bist du ja gar nicht weit weg beim Friedrich-Ebert-Platz. Vielleicht sind wir noch Nachbarn. Dann fühle ich mich nicht so allein hier. Okay. Oh, Ulm. Da war ich früher mal shoppen. Ich sehe schon. Jedes Mal, wenn ich dann so die Städte lese, kommen wir immer zu den Erinnerungen von früher. Dann merke ich, wie alt ich eigentlich schon bin. Seid ihr bereit, meine Lieben? Conny, gibst du mir nochmal kurz ein Go, ob alles passt? Yes, da ist das Go. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich bin total überwältigt, dass so viele Menschen heute Abend wirklich auch live dabei sind. Und ich schaue hier unten gerade auf die Zahnblinden einfach nur völlig überwältigt. Und ich glaube, es kommen mehr und mehr Menschen mit dazu. Wir sprechen ja heute Abend über das wichtige Thema Grenzen zeigen. Und ich bin der festen Überzeugung, es braucht beim Grenzen zeigen keine Härte. Es braucht keine Bestrafung, es braucht kein Schimpfen, kein Lautwerden. Und doch ist es im Alltag alles andere als leicht. Je mehr Kinder man hat, desto gestresster bist du vielleicht, desto stressiger ist der Alltag. Und desto schwieriger ist es auch wirklich manchmal mit Ruhe und Klarheit Grenzen zu zeigen. Und genau dazu möchte ich euch heute Abend ganz, ganz viele Impulse geben. Und wir starten jetzt direkt ins Thema. Ja, und dafür brauche ich noch einmal kurz euer Go, ob ihr die Präsentation gleich sehen könnt. So. Noch einmal wegschieben. Hier sind immer so viele Balken zu sehen. Gut, ich schaue noch einmal ganz kurz. Könnt ihr alles sehen? Die Präsentation. Schreibt mir noch einmal kurz. Wunderbar. Dann kann es jetzt losgehen. Ich schließe hier noch alle Finster. Lehnt euch zurück. Ich habe erst einmal einiges für euch vorbereitet. Heute Abend geht es darum, mit Klarheit Grenzen zeigen zu lernen. Auch zu lernen, wie Kinder besser auf einen hören können, wenn das immer so leicht wäre. Weil Kinder hören ja ganz oft nicht im Alltag. Vor allem, wenn wir sie bedürfnisorientiert begleiten. Und dann wirst du vielleicht auch immer wieder, ja, deine Erziehung funktioniert halt auch nicht. Ja, weil Kinder eben gerade, wenn wir sie bedürfnisorientiert begleiten, nicht funktionieren. Und das ist auch gut so. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Erst einmal ganz kurz für alle, die neu hier sind. Ich weiß, viele kennen mich vielleicht noch gar nicht. Ich bin promovierte Pädagogin. Ich habe ganz lang an der LMU am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik geforscht im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie. Und habe mich vor allem mit der Frage beschäftigt, was brauchen Kinder eigentlich, um sich geliebt zu fühlen? Dann war ich ganz lange Grundschullehrerin und im Bereich der Schulpsychologie tätig. Ich habe viele Kinder nicht nur in der Grundschule, sondern auch in der Mittelschule begleitet. Also auch Teenager und Teenagerinnen, die wirklich Verhaltensauffälligkeiten hatten, die teilweise ADHS hatten, die Lernschwierigkeiten hatten. Und auch gerade so im Teenager-Alter hatte ich viele Kinder mit Erstörungen, die wirklich schlimme Probleme zu Hause hatten. Das heißt, ich habe so alles einmal durch in dieser Zeit und habe viele Erfahrungen mit Kindern unterschiedlichen Alters gesammelt. Und war auch als Lehrerin in der Zeit viel in Kitas und in Krippen als musikalische Früherzieherin tätig, weil meine absolute Leidenschaft Musik ist. Und ich liebe es, mit Kindern Musik zu machen. Ich habe euch vorher erzählt, ich habe eine Zeit lang auch Gesang studiert. Und deswegen ist Musik für mich immer so dieser Weg gewesen, um mit Kindern ganz schnell in Verbindung zu kommen. Und ja, inzwischen bin ich seit drei Jahren selbstständig, habe auch davor immer schon als Elternberaterin gearbeitet und dann mein Online-Unternehmen gegründet, mein Erziehungsratgeber. Ihr kennt mich bestimmt auch von Instagram und habe eine Praxis in München und unterstütze dort eben auch viele Eltern vor Ort in Einzelberatungen. Allerdings inzwischen vor allem durch meine Online-Kurse, um so viele Eltern wie möglich zu erreichen und um eben Eltern auch zu ermöglichen, dass sie in ihrem Tempo das lernen, was für Kinder eben so wichtig ist. Deswegen gebe ich auch zusätzlich Fortbildungen, nicht nur für Eltern übrigens, sondern auch für pädagogische Fachkräfte, also für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Und genau, seit neuestem bin ich Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich habe ein Buch geschrieben mit meiner wunderbaren Kollegin Katje Weber und mit der habe ich zusammen das Buch geschrieben und bin einfach völlig überwältigt, dass wir inzwischen, glaube ich, fast 25.000 Bücher im Handel haben. Ich kann das noch gar nicht glauben. Und ja, da ging es um liebevolle Führung, also auch um das Thema Grenzen zeigen. Das ist so ein großes Steckenpferd von mir, ein wichtiges Thema, das ich finde, in der Erziehung oft viel zu wenig Platz einnimmt. Viele denken ja, Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung, das ist wie so ein Streichel zu, ja. Da wird den Kindern keine Grenzen gesetzt, sondern da machen die Kinder, was sie wollen. Das wird ja leider oft missverstanden. Und ich bin der Meinung, Kinder brauchen unbedingt Grenzen und deswegen mache ich hier das Webinar heute auch. Genau. Soviel kurz zu mir. Für manche, die mich wirklich noch nicht kennen, hier noch ein paar Referenzen von mir, dass ihr auch wirklich wisst, dass ich ganz lange Erfahrung schon habe. Ich habe inzwischen eine ganz, ganz große Bindungscrew. Das sind alles Menschen, die meinen großen Erziehungskurs gemacht haben, weil ihr werdet es schon merken, heute Abend werde ich nicht das Allheilmittel für euch haben, sondern ich habe deswegen einfach auch aus der Erfahrung heraus, aus meiner ganzen Erfahrung mit Eltern in Beratung, einen großen, allumfassenden Kurs entwickelt, in den ich alles reingepackt habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Eltern, die diesen Kurs machen, viel leichter in die Umsetzung kommen und vor allem das verstehen, dass sie ein eigenes Bauchgefühl entwickeln und nicht immer überlegen, wie soll ich es jetzt machen, sondern durch den Kurs entwickelst du ein Bauchgefühl und kommst in viel engere Beziehungen mit deinem Kind und hast weniger Machtkämpfe. Und das haben inzwischen über 6.000 Menschen gemacht. Und ich begleite wöchentlich Eltern auch in meinem Member-Bereich, auf der Bindungsinsel. Das ist auch ganz spannend. Da sind auch, glaube ich, einige dabei heute Abend. Das sind einfach Eltern, die im Tun bleiben wollen, die in der Umsetzung bleiben wollen und die kriegen wöchentlich von mir Input, nicht einmal im Monat live. Genau. Und ihr seht insgesamt, dass ich sehr, sehr viele Eltern und vor allem auch so viele unterschiedliche Kinder schon begleitet habe und darf auch immer wieder vor allem mit meinem Forschungsthema ins Fernsehen, in die Zeitungen, weil es tatsächlich auch ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema ist, was mich mehr und mehr freut, weil die Bindungs- und Bedürfnisorientierung eben auch in Printmedien und im Fernsehen Gott sei Dank Einzug hält. Und was richtig cool ist, gerade ganz aktuell habe ich eine Kinderserie mit Kika entwickelt, beziehungsweise ich war die Scriptberaterin und Kika hat die Serie natürlich entwickelt und die kommt übrigens am Freitag raus. Also bald auf Kika läuft eine Kinderserie, in der ich Skriptberaterin sein durfte und die Serie mitentwickeln durfte, gemeinsam mit den Produzenten. Die Serie heißt Stark mit Fidi, da muss ich mal ganz kurz Werbung machen. Und es geht darum, dass Kinder zum Beispiel die Zähne nicht putzen wollen und zum Beispiel nicht alleine einschlafen wollen. Und wie das gelöst werden kann, wird dann in dieser Kinderserie mit der Fidi, der Fledermaus, gelöst. Friedvoll natürlich. Wir schauen hier mal rein und zwar, ganz wichtig ist, dass du heute wirklich erfährst, deine Grenzen wahrzunehmen und diese auch auszustrahlen. Du erfährst, wie dein Kind besser auf dich hört, wie dein Kind Grenzen besser akzeptieren kann und wie du klar und liebevoll Grenzen zeigen kannst ohne Härte. Und jetzt geht es gleich los, du darfst mitmachen im Chat, also mach dich kurz bereit. Meine Frage an dich, hast du als Kind eine Bezugsperson gehabt, die dir wirklich liebevoll Grenzen gezeigt hat, also ohne Schreien, ohne Schimpfen, sondern einfach durch Klarheit, Bestimmtheit? Wie war das bei dir in deiner Kindheit? Okay, hier kommen ganz viele Neins, viel, viel mehr Neins als ja. Okay, an der Stelle gleich mal, woher sollst du es dann wissen, wie es geht? Weil du hast es nicht in deinem Bauchgefühl. Also mich fragen oft auch viele, Martina, woher hast du das? Und ich sage dann immer, ich habe es zu verdanken, wirklich meiner Mutter, dass ich meinen Job so gut machen kann, weil sie das gemacht hat. Also meine Mutter war für mich das absolute Vorbild, oder ist es nach wie vor, was das Thema Erziehung angeht, weil sie in so vielen Punkten so klar und bestimmt war, sie hat mich gelobt. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich so als gut erachtet habe. Da komme ich vielleicht später noch dazu. Nur sie war sonst wirklich in so vielen Bereichen bedürfnisorientiert. Das heißt, ich hatte ein Vorbild. Und wenn ihr das nicht hattet, ist es für euch besonders schwer, das umzusetzen, weil ihr vermutlich dann ganz unterbewusst Grenzen immer mit Härte, Macht und Gewalt in Verbindung bringt. Und für euch ist es dann vielleicht auch eher so, dass Grenzen setzen bedeutet, man muss starr bei seiner Meinung bleiben. Oder Grenzen setzen heißt vielleicht dann auch, hart durchzugreifen und zu gewinnen, sich durchzusetzen. Und Grenzen zeigen heißt dann vielleicht auch, sofort ein Kind zum Funktionieren zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da gerade auch so ein bisschen seht, dass ihr vielleicht unbewusst diese Einstellung habt. Oder vielleicht ihr merkt, wenn eure Eltern mit euren Kindern umgehen, dass die dann so denken. Dann wisst ihr, aha, das habe ich als Kind so mitbekommen. Und das, an was ihr das erkennen könnt, ist, ihr könnt gleich mal in den Chat schreiben, ob euch diese Sätze oder Gedanken bekannt vorkommen. Wenn euer Kind was macht, dass ihr euch dann denkt, boah, das hätte ich mich früher nie getraut. Oder ich gebe ja alles und mein Kind ist nicht mal zufrieden. Oder wenn mein Kind nicht hört, ist es respektlos. Vielleicht hast du solche Gedanken. Oder wenn mein Kind nicht hört, ist es gegen mich. Dann macht es es mit Absicht. Vielleicht könnt ihr mir im Chat mal schreiben, ob das Gedanken sind, die ihr vielleicht auch von euch kennt. Und das ist total in Ordnung. Ja, also es geht heute nicht darum zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, sondern es zeigt einfach nur, was eure Haltung momentan ist. Und deswegen machen wir das Webinar, damit ihr diese Haltung heute Abend verändern könnt. Und zwar, mir ist wichtig, dass euch klar wird, diese Haltung löst bei euch Ohnmacht aus oder Hilflosigkeit, vielleicht auch Eifersucht auf euer Kind, weil euer Kind ja alles, sowieso alles bekommt und ihr ja sowieso so geduldig seid und dann macht es erst nicht mit oder es löst vielleicht Verzweiflung aus, Resignation vielleicht auch, genervt sein. Oder vielleicht bist du auch oft total wütend, wenn dein Kind nicht hört. Und das hat wirklich mit dieser Kindheitsgeschichte zu tun, weil du hast ja gelernt, Grenzen zeigen, sich durchsetzen, gewinnen, Macht anwenden. Und du machst es jetzt vielleicht nicht in deiner Erziehung und doch ist da so ein Teil in dir drin, der sagt, so läuft es nicht, so geht es nicht. Und darum bist du oft vielleicht auch in so einer Zerrissenheit oder lässt dich verunsichern, wenn du versuchst, liebevoll Grenzen zu zeigen. Ich danke euch, dass ihr mitmacht im Chat, das hilft mir auch als Orientierung. Viele schreiben, ihr seid oft wütend, genervt, vielleicht auch manchmal diese Eifersucht. Ein Freund hat mir neulich auch erzählt, sie war dann nachts wach und das Kind wollte wieder nicht schlafen, da dachte sie sich, toll, ich wurde als Kind auch nie begleitet, wenn ich nicht einschlafen konnte und du kriegst ja alles und kannst erst nicht schlafen, so ungefähr. Ja, das passiert einfach unbewusst. Es ist dieser innere Kindanteil in euch, der da wach wird. Und mir ist nochmal ganz wichtig, dass du weißt, du kannst dich in diesen Momenten, wenn du diese starken Gefühle hast, auch beruhigen. Deine alten Gefühle bewusst wahrnehmen und benennen. Zum Beispiel sagen, hey, ich bin gerade verzweifelt, wenn mein Kind nicht auf mich hört. Du kannst deine unerfüllten Bedürfnisse aus der Kindheit bewusst wahrnehmen, weil in dem Moment fühlst du dich vielleicht nicht respektiert. Nur dein Kind ist ja nicht dafür verantwortlich, dir Respekt entgegenzubringen. Dein Kind lernt es ja erst noch. Also dein Kind ist nicht dafür verantwortlich, dein Bedürfnis nach Respekt zu erfüllen, sondern es ist noch klein und es lernt mit der Zeit an deinem Vorbild respektvoll mit dir umzugehen. Nur in diesem Alter, in dem dein Kind ist, vielleicht noch mit zwei, drei, vier Jahren, sind Kinder nicht immer respektvoll. Das gehört zur Entwicklung dazu und deswegen, wenn du als Kind nicht respektvoll behandelt wurdest von deinen Eltern, erwartest du es vielleicht von deinem Kind, dass es dir Respekt schenkt zu jeder Zeit und das ist gar nicht die Aufgabe deines Kindes. Dann drittens, wichtig ist dir selbst Einfühlung schenken, also dass du dir wirklich selber auch sagst, boah, jetzt habe ich auch schon zum dritten Mal was gesagt und ich merke die Verzweiflung und das ist mir jetzt auch zu viel oder dir zum Beispiel zu sagen, hey, ich darf auch mal genervt sein oder ich bin jetzt halt wütend, das ist auch okay. Das heißt, dir selber gut zuzureden und wichtig ist, dann wieder in eine fürsorgliche Haltung zu kommen und dein Kind nicht zu verurteilen. Und das ist echt schwierig, ja, weil wenn ein Kind so ein Verhalten zeigt wie Schlagen oder so, dann rutscht man ja ganz schnell in die Verurteilung. Nur dein Kind hat in dem Moment noch keine bessere Strategie. Und hier schreibt auch gerade jemand, besonders schwierig ist es, wenn sich dann noch die Mutter einmischt und noch eine bessere Idee hat und einen Ratschlag gibt. Genau, Annemarie schreibt auch, ich werde selbst kindisch und bockig. Das passiert eben auch ganz oft. So, mein Ziel ist heute, dass ihr nach diesem Webinar euer Mindset geändert habt und dass ihr danach sagen könnt, dass deine Grenze liebevoll, voller Fürsorge und Klarheit sein darf und sie nicht hart und starr sein muss. Viele von uns haben vielleicht auch gelernt, wenn man die Meinung ändert, hat man verloren. Nein, so ist es nicht. Du kannst durchaus mal deine Meinung ändern. Und jetzt gebe ich euch gleich mal einen Einblick, was euch alles erwartet. Erstmal möchte ich euch kurz sagen, was könnt ihr von euren Kleinen eigentlich in welchem Alter erwarten. Dann gebe ich euch nochmal fünf konkrete Strategien an die Hand. Allerdings kriegt ihr davor nochmal mit, warum es so wichtig ist, eure innere Haltung anzupassen. Dann kriegt ihr Formulierungshilfen an die Hand. Danach möchte ich euch unbedingt vorstellen, wie ich euch auch weiter begleiten kann. Also zum Beispiel durch meinen Bindungskurs, durch die Bindungsinsel, wenn ihr das denn möchtet. Und am Ende gibt es für alle, die jetzt auch live mit dabei sind, noch ein Geschenk. Da freue ich mich riesig. Das habe ich noch aufgenommen. Das ist eine Audiodatei. Die kannst du dir dann direkt runterladen, sobald der Link dann hier im Chat ist. Und ganz am Ende habe ich natürlich auch noch Zeit für individuelle Fragen. Los geht's. Die entwicklungspsychologischen Hintergründe. Was können wir denn eigentlich von Kindern erwarten? Und erstens, warum sind denn eigentlich Grenzen für die kindliche Entwicklung so extrem wichtig? Die Forschung zeigt, dass Grenzen Kindern absolute Sicherheit geben. Schutz und Halt. Grenzen zeigen deinem Kind auch, wo so ein Rahmen ist. Deswegen immer, wenn man sich in einem Rahmen oder in einem vielleicht auch, ich sage da gerne auch mal, in so einem abgesteckten Zaun, wo zum Beispiel Hühner drin sind, haben die Hühner ja auch irgendwo ihre Sicherheit. Ja, weil sie wissen, da ist mein Zuhause, da ist der Rahmen. Und so ist es bei Kindern auch. Sie haben immer diesen Rahmen, wenn du ihnen eine Grenze zeigst. Und es ist ganz entscheidend, dass du deswegen diesen Rahmen steckst. Und ich spreche auch gerne von so einem sogenannten Gummiband. Das heißt, je älter dein Kind wird, desto mehr kann dieser Zaun erweitert werden. Und je jünger dein Kind ist, desto enger ist der Zaun vielleicht noch, weil dein Kind noch mehr liebevolle Führung durch diesen Zaun oder diesen Rahmen braucht. Und dieses Gummiband, das kann sich auch je nach Entwicklungsphase, je nach Zustand deines Kindes, wenn es zum Beispiel müde ist oder hungrig ist, ist dieses Gummiband auch wieder enger und dann braucht dein Kind auch wieder mehr Führung. Dann wird es enger. Und wenn aber dein Kind total fit ist und du das Gefühl hast, jetzt sind alle Bedürfnisse auch erfüllt, dann kannst du ihm wieder mehr Autonomie einräumen. Und dafür sind Grenzen allerdings wichtig. Also das Gummiband bestimmt, wie groß ist der Raum und wo ist jeweils die Grenze. Eigene Grenzen helfen auch, deinem Kind für sich selbst Grenzen zu zeigen. Und Grenzen sind auch immer eine Form von Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Situation, da hat meine Mutter nicht gefragt, da war ich vielleicht so 16, wann ich nach Hause komme. Und sie hat immer gesagt, dann und dann bist du zu Hause. Und ich war wirklich entrüstet. Ich dachte mir, jetzt interessiert die sich plötzlich nicht mehr für mich. Ich frage noch nicht mal mehr, wenn ich nach Hause komme. Vielleicht hätten sich andere Teenager gefragt. Nur ich weiß noch wie heute, wie das mir so drin geblieben ist. Und da dachte ich mir, stimmt, eigentlich ist ihr Nachfragen, ihre Grenze eine Form von Interesse und Zuwendung. Warum ist es jetzt manchmal so schwer? Typische Hürden beim Grenzen zeigen sind. Warum ich manchmal kurz so stocke, ist, weil ich hier immer den Chat noch irgendwo habe und versuche, das aus dem Bild zu schieben. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Frage ich noch einmal kurz, ob ihr alles gut erkennen könnt. Sehr gut. Also Kinder suchen oft durch Grenzen, durch auffälliges Verhalten, wie zum Beispiel Schlagen oder vielleicht lautes Schreien nach der Verbindung ihrer Eltern. Die meinen das nicht böse, sondern sie versuchen eigentlich immer in den Kontakt zu kommen. Dann sind Übergänge für Kinder oft sehr schwer. Also wenn ihr das Haus verlast, morgens nach dem Aufstehen, wenn ihr in die Kita fahrt. Und das sind so Momente, wo ein Kind oft nicht hinterherkommt, weil das kindliche Gehirn auch viel langsamer funktioniert wie unseres. Das heißt, wenn wir schon verstanden haben, dass wir jetzt die Tür verlassen, ist euer Kind immer noch ein paar Schritte sozusagen vor der Tür. Deswegen denk immer dran, dein Kind ist von der Hirnreife noch nicht so weit wie ein Erwachsener. Dann können Kinder noch keine Perspektive übernehmen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im anderthalbjährigen Kind sagst, das tut weh, bringt es gar nichts, weil ein Kind kann nicht wissen oder nicht spüren von der kognitiven Leistung auch im Gehirn, dass es dem Gegenüber weh tut. Das bringt überhaupt nichts, deswegen bringt es nur was, dein Kind dann wegzunehmen, zu sagen, stopp, die Hände weg. Und erst wenn ein Kind so ungefähr zwei, drei Jahre alt ist, geht es langsam los, dass ein Kind anfängt auch zu verstehen, ach so, das tut weh. Und dann ist es deswegen auch so, dass Kinder Impulse noch nicht immer kontrollieren können, vor allem wenn die hungrig sind, müde sind, überreizt sind, dann versuchen die irgendwie für sich zu sorgen und die haben oft noch keine bessere Strategie, außer dann laut zu schreien oder auch vielleicht manchmal zu schlagen, um zu sagen, hallo, ich bin hier, ich brauche Hilfe, Mama hilf mir, Papa hilf mir, dass ich endlich das bekomme, was ich brauche. Und deswegen probieren Kinder halt auch viel aus, um sich ihr Bedürfnis zu erfüllen, weil Kinder lernen ja am besten durchaus probieren. Und da habe ich auch gleich eine Frage aus der Community. Mein Kind ist 18 Monate alt, findet es total witzig, uns zu hauen. Ein sanftes Erklären bringt nichts, ein strenges Nein findet er noch lustiger und haut erst recht. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dieses 18 Monate alte Kind, das haut, das probiert es aus, das macht es nicht mit böser Absicht, das macht ein Kind nie. Und möchte dann gucken, wenn ich haue, was passiert. Das heißt, es ist einfach nur ein Experimentieren für dieses 18 Monate alte Kind. Und wenn ihr dann ganz streng und laut Nein sagt und vielleicht euch sogar noch aufregt, dann ist es für das Kind, das 18 Monate alte Kind, eigentlich eher noch aufregend. Und es denkt sich, boah, wenn ich das mache, dann flippt die Mama aus, da passiert total viel. So könnt ihr euch das aus Kindersicht vorstellen. Und eigentlich möchte das Kind nur Kontakt aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das Schlagen umlenkt in Spielen oder in Huscheln oder in was Lustiges, hört das Kind viel eher auf zu schlagen, als wenn du Art Nein sagst. Das verstärkt manchmal sogar eher das Verhalten noch. Dann, mein Kind hört erst auf, wenn ich ihn richtig anschreie. Weil, wenn ich frage, warum, sagt er, dass er das Schreien mag. Das ist zum Beispiel auch so etwas Typisches. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Natürlich mag ein Kind es nicht angeschrien zu werden. Was dieses Kind sagen möchte oder zeigen möchte, ist, dass es dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, die Mutter hat vielleicht davor irgendwas gemacht und das Kind hat nach Aufmerksamkeit geschrien. Und vielleicht hat es die Mutter nicht erkannt oder es war ein anderes Bedürfnis unerfüllt. Und in dem Moment, wo das Kind dann angeschrien wird, kriegt es Aufmerksamkeit, allerdings negative Aufmerksamkeit. Und das will das Kind eigentlich sagen. Mama, ich brauche dich. Ich brauche die Verbindung zu dir. So, jetzt gibt es allerdings nicht nur entwicklungspsychologische Hintergründe, sondern warum Kinder nicht auf Grenzen hören oder warum die manchmal auch noch schlagen oder vielleicht sich nicht so sozialverträglich verhalten, sondern es gibt auch Gründe, die ihr als Eltern wirklich beeinflussen könnt. Und wie ich schon angesprochen habe, ist es diese fehlende Verbindung zum Kind. Deswegen ist auch zum Beispiel mein Bindungskurs so wirksam, weil ich da Eltern helfe, in die Verbindung mit Kindern zu kommen. Dann ist es oft so, dass viele Eltern durch ihre eigene Kindheit nicht gelernt haben, erstens ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und oft auch nicht so in der Lage sind zu erkennen, was das Kind gerade sagen will oder braucht. Und ich helfe euch zum Beispiel jetzt auch heute Abend und auch grundsätzlich auch im Bindungskurs und so weiter immer wieder eure Kinder besser zu verstehen, damit ihr rechtzeitig vorausschauend diese Bedürfnisse erfüllen könnt. Ja, wenn ihr zum Beispiel merkt, euer Kind ist eher hungrig und es braucht eigentlich was zu essen oder wenn ihr rechtzeitig merkt, euer Kind ist überreizt und bräucht ihr eigentlich Ruhe oder es will vielleicht selbst entscheiden und bräucht ihr Autonomie. Wenn ihr das rechtzeitig erkennen lernt, dann ist es eben so, dass viel weniger Grenzen gesetzt werden müssen, weil eure Kinder dann zufriedener sind. So, dann ist es so, dass Kinder natürlich spüren, wenn ihr Druck habt und wenn ihr in die Macht rutscht. Das heißt, wenn ihr, kennt ihr bestimmt, morgens aus dem Haus wollt, unter Zeitdruck seid, dann ist es ja oft so, dass eure Kinder plötzlich komplett blockieren und sagen, ich komme jetzt nicht mit oder ich will jetzt nicht raus. Und das hängt oft damit zusammen, dass ihr so gestresst seid und eure Kinder durch dieses Stresslevel, das ihr habt, nicht mehr in Verbindung mit euch seid, eure Kinder nicht mit euch in Verbindung seid. Und das führt dazu, dass eure Kinder nicht mehr mitmachen können. So, und jetzt gibt es zwei wirklich typische Fallen, ich mache ja so viel Einzelberatung auch und im Bindungskurs erlebe ich das immer wieder, dass oft viel zu spät erst eine Grenze gesetzt wird. Das heißt, dein Kind hat dich vielleicht schon dreimal geschlagen und du hast davor eher sanft reagiert oder vielleicht gar nicht reagiert und dann flippst du irgendwann vollkommen aus. Oder du hast beim Grenzenzeigen ein schlechtes Gewissen, das heißt, du bist nicht so richtig sicher, es ist jetzt okay oder nicht okay, was ich mache und du strahlst so eine leichte Unsicherheit aus. Und das heißt, du hast kein richtiges, klares Warum du jetzt hinter dieser Grenze stehst. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie du so ein klares Warum finden kannst. Also, was dir dabei hilft, wenn du zu deinem Kind Nein sagst, sollten immer wichtige Bedürfnisse der Familie erfüllt werden und du handelst immer aus Fürsorge. Und da habe ich jetzt ein Beispiel, ein Beispiel aus der Community, eine Frage. Da meine Kinder am Nachmittag nicht raus möchten, bleiben wir immer drin und es wird dann ganz wild und sie streiten viel. Muss ich mich dann durchsetzen? So, hier geht es mir gar nicht so ums Durchsetzen, sondern du handelst aus Fürsorge, wenn du sagst, so Leute, jetzt ist gut, wir ziehen uns jetzt an und gehen raus. Und auch wenn das Geschrei dann groß ist, kannst du das liebevoll begleiten, feststeht, dass ihr rausgeht und du aus Fürsorge, weil du weißt, deine Kinder brauchen jetzt frische Luft und Bewegung, damit es hier nicht eskaliert, du dein Bedürfnis auch und natürlich das Bedürfnis deiner Kinder im Blick erstmal an erste Stelle stellst, damit es nicht eskaliert. Das heißt, du hast sowohl dein Bedürfnis nach rausgehen im Blick, als auch das Bedürfnis deiner Kinder und nicht den Wunsch deines Kindes, dass es drin bleiben will. Dann, ganz wichtig auch für dein klares Warum, du hast bei deinem Nein die Bedürfnisse und Wünsche deines Kindes im Blick. Zum Beispiel, mein Kind diskutiert jeden Tag, dass es noch mehr Handyzeit haben möchte. Ich bin deswegen schon richtig genervt und frage mich, ob ich zu streng bin. Das hat mich eine Mutter gefragt. So, hier ganz klar, du hast im Blick, dein Kind möchte mehr Handyzeit. Das braucht Autonomie und es braucht allerdings auch Führung. Und du hast diesen Wunsch im Blick, du hast das Bedürfnis im Blick und doch setzt du hier eine Grenze, weil du wieder aus Fürsorge Nein sagst, weil du weißt, zu viel Handyzeit schadet deinem Kind. So, für dein Warum nochmal der dritte Aspekt. Du nimmst in Kauf, und das ist wirklich schwer, dass dein Nein starke Gefühle bei deinem Kind auslöst. Und das ist ehrlich gesagt das Schwierigste, finde ich, am Grenzen zeigen, auszuhalten, dass das Kind dann weint, dass es frustriert ist, dass es traurig ist. Viele Eltern denken auch, Kinder dürfen nicht traurig sein. Und Kinder dürfen traurig sein, die dürfen frustriert sein. Wir dürfen sie nur nicht mit ihren Gefühlen alleine lassen. Und ich kenne ganz viele Eltern, die inzwischen schon sagen, boah, ich habe heute schon einen fünften Wutausbruch, ich halte nicht mal meinen sechsten aus. Und dann rutschen sie so ganz langsam in so ein vermeidendes Verhalten rein. Das heißt, sie versuchen den Kindern alles recht zu machen, damit es ja nicht wieder einen Wutausbruch gibt. Und da möchte ich unbedingt dir nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass du diese Angst verlierst. Und dass du dich auch diese starken Gefühle, gerade in der Autonomiephase, gibt es ja öfter Wutausbrüche, dass du dich da einlässt drauf. Und ich weiß, das ist wirklich manchmal hart. Und das muss auch nicht immer sein. Du kannst es natürlich auch mal vermeiden. Nur im Großen und Ganzen solltest du das im Blick haben. Und hier dazu auch eine Frage aus der Community. Wenn ich Nein sage, flippt mein Kind völlig aus. Es ist in der Autonomiephase und ich frage mich, ob ich da weniger Nein sagen sollte oder gerade deshalb bei meinem Nein bleiben soll. Also, auch wenn Kinder ja viele selbst entscheiden können und es auch gut für die Autonomieentwicklung ist, gibt es einfach Sachen, die du entscheidest. Zum Beispiel die Medienzeit, wenn es um die Gesundheit geht, um die Sicherheit geht. Diese Dinge entscheidest du als Erwachsener oder als Erwachsene. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich beim Nein zu bleiben. Und doch ist es natürlich auch in der Autonomiephase, dann in anderen Phasen wieder wichtig, dem Kind auch wirklich Selbstständigkeit zuzumuten. Und gerade dann, wenn es gut drauf ist, wie ich vorher gesagt habe, am Nachmittag, wenn du das Gefühl hast, jetzt hat es sich ausgeruht, dann kannst du es auch bei allen möglichen Sachen mitmachen lassen. Dann brauchst du nicht so oft ein Nein. Nur oft braucht es dann gegen Abend hin, wenn die Kinder schon wieder müde sind und sozusagen dieser Akku bei den Kindern leer ist, oft wieder mehr Führung und mehr Grenzen. So, und jetzt gucken wir mal, welche Fragen dir dabei helfen, hinter deinem Nein auch wirklich zu stehen? Du kannst es regelmäßig überprüfen. Erste Frage. Welcher Wert, welches Bedürfnis steht hinter meiner Grenze? Du fragst dich immer, um was geht es mir hier? Gesetz im Fall, dein Kind will drinbleiben und du willst, weißt, es tut uns allen gut, wenn wir rausgehen. Dann steht dahinter, dass du den Wert Gesundheit hast. Du weißt, dein Kind braucht Bewegung. Du weißt, euch tut es gut. Das heißt, du hast ein klares Warum. Zweite Frage. Ist die Grenze gerade wirklich wichtig, damit du als Leitwolf oder Leitwölf in der Familie Kraft schöpfen kannst? Weil oft ist ja auch so, deine Nerven liegen blank. Du kannst nicht mehr und dein Kind will zum hundertsten Mal ein Spiel spielen und du hast einfach keinen Bock mehr. Ja, und dann ist es total okay zu sagen, so und jetzt möchte ich nicht mehr. Nein, ich spiele jetzt nicht mehr mit dir und davor trotzdem liebevoll zu sagen, ich weiß, du würdest gerne die ganze Zeit mit mir spielen, nur jetzt kann ich einfach nicht mehr. Damit du auch mal wieder Kraft schöpfen kannst. Auch das darfst du machen, weil du bist ja schließlich am Schluss die Person, die für die Familie da sein soll. Das heißt, setze deine Grenzen rechtzeitig. Dritte Frage. Weil oft ist ja so, wir erwarten von Kindern, dass die brav am Essenstisch sitzen, dass die ruhig sind. Das ist nicht die Natur des Kindes. Kinder sind eben wild, die können oft beim Abendessen irgendwann nicht mehr sitzen, weil das nicht angemessen ist an die kindliche Entwicklung. Das heißt, auch da ist es immer wichtig, nur mal zu gucken, was ist kindgerecht und was nicht. Was ich an, also welche Erwartungen ich an mein Kind habe. Und die vierte Frage ist, braucht es jetzt wirklich mein Handeln, auch vielleicht mein körperliches Eingreifen, um Grenzen zu wahren? Oder habe ich Zeit, Freiraum für einen Kompromiss? Ja, also gesetzt im Fall, dein Kind möchte die Jacke nicht anziehen oder hat schon eine Jacke an und sagt, die Jacke will ich anhaben, auch wenn es die Sommerjacke im Winter ist. Kannst du dir überlegen, ob du da wirklich körperlich eingreifst und deinem Kind diese andere Jacke drüber stülpst, ja? Oder ob du einfach sagst, weißt du was, wir gehen jetzt erstmal kurz raus, ich nehme deine Winterjacke mit, dann fühlen wir nochmal, wie kalt es ist und dann kannst du immer noch anziehen. Ja, auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nicht immer braucht es gleich diese Härte. Es geht nicht immer darum, sofort funktionieren zu müssen. Also Kinder sollten nur dann eine Grenze kriegen, wenn es wirklich dringend nötig ist. So, und jetzt möchte ich euch einladen, da mal ein bisschen ins Fühlen zu kommen. Und zwar möchte ich, dass du mal in eine Situation denkst, in der dein Kind deine Grenze akzeptiert hat. Welche Ausstrahlung du dabei hattest. Weil oft ist ja so, Kinder hören dann ganz plötzlich und machen irgendwas und du denkst dir, hä, warum hat das jetzt funktioniert? Mein Kind hört das sonst nicht und das hat meistens einen Grund, weil wir in den Momenten meistens sehr klar sind, genau wissen, dass wir dahinter stehen. Da gibt es irgendwie, weil du so klar bist und ein klares Warum hast, keine Diskussion und dann hast du auch die entsprechende Ausstrahlung. Und da gucke ich jetzt gerade mal in den Chat. Ah, ihr schreibt mir gerade, welche Ausstrahlung ihr hattet. Fürsorge und Liebe. Wenn ich nicht gestresst bin, wenn ich ruhig und bestimmt bin, wenn ich Sicherheit und Liebe ausstrahle. Wenn ich ganz ruhig gesprochen habe, wenn ich klar war, wenn ich eine ruhige und logische Begründung hatte. Wenn ich entspannt und ruhig war, wenn ich in Verbundenheit mit meinem Kind war. Ruhig und bestimmt, Zähneputzen ohne Ausnahme. Verbindung und Beziehungstank gefüllt. Hier sagt gerade jemand, wenn ich mein Kind anschreie. Das Anschreien ist tatsächlich eine Notstrategie, die von Kindern langfristig, wenn wir das wirklich ganz, ganz oft machen, wie Gewalt empfunden wird. Und es ist normal, dass man irgendwann mal ausfühlt, dass man vielleicht auch irgendwann mal laut wird. Ja, das bin ich genauso schon geworden. Nur es geht eben stark um das Maß und wirklich zu lernen, andere Strategien anzuwenden. Dafür ist wirklich mein Bindungskurs sehr geeignet, um da in eine bessere Klarheit zu kommen. Hier schreibt jemand, wenn ich mal eine Powerpose hatte. Genau, wir haben ja schon viel gearbeitet zusammen. Powerpose heißt, du gehst in so eine Pose, in so eine Haltung, in so eine Vorstellung, was du für dein Kind in dem Moment sein möchtest. Zum Beispiel wie so eine Art Sonne, die für es da ist. Oder wie so eine Art Fels in der Brandung. Oder manche sagen auch, sie sind wie so ein Baum, der dem Kind Sicherheit gibt. Wichtig ist, dass du beim Grenzen setzen auf jeden Fall Klarheit und Sicherheit ausstrahlst. In Verbindung beschreiben, fragt hier gerade jemand, ist, wenn du wirklich spürst, dass dein Kind und du, dass ihr in Verbindung seid. Das heißt, dass kein Machtkampf zwischen euch ist und du das Gefühl hast, das Herz von dir und deinem Kind ist miteinander verbunden. Und du hast auch das Gefühl, dass dein Kind merkt, du bist auf seiner Seite. Ja, du spielst in seinem Team sozusagen. Hilfreiche Gedanken über dein Kind. Es handelt nicht gegen mich. Mein Kind möchte zum Wohl der Familie beitragen. Weil viele denken ja vielleicht, nee, das macht es mit Absicht, so ist es nicht. Kinder machen nie was mit böser Absicht. Mein Kind hat noch keine bessere Strategie. Also wenn es zum Beispiel sich dann mal nicht so nett verhält, dann macht es das nicht, weil es böse ist, sondern weil es in dem Moment einfach noch keine bessere Strategie hat. Und das ist vor allem bei den Kleinkindern oft noch so. Die beißen, die hauen, die schubsen, die spucken. Das gehört ein Stück weit zur kindlichen Entwicklung dazu. Wichtig ist natürlich, das nach und nach umzulenken und Kindern andere Strategien beizubringen. Dazu kommen wir gleich noch. Dann, wenn dein Kind sich so verhält, versuche immer zu denken, mein Kind braucht meine Hilfe. Das ist noch klein. Denn oft wird eben auch von Dreijährigen oder Zweijährigen viel zu viel verlangt. Das sind noch, ich sage immer, das sind noch Babys. Die können zwar manchmal echt schon gut reden und deswegen überschätzt man sie auch oft, weil sie sprachlich schon so weit sind oder motorisch. Und gerade in der Autonomiephase fangen die ja dann an, einen Grund und Boden zu argumentieren. Und doch sind sie doch in anderen Momenten einfach noch klein und brauchen ganz viel Unterstützung. Sie sind abhängig von der Liebe ihrer Bezugspersonen. Mein Kind möchte mir durch sein Verhalten etwas sagen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass euch das bewusst ist. Immer, wenn ein Kind sich irgendwie verhält, dass ihr euch denkt, oh mein Gott, ich halte es nicht aus, dann möchte es euch eigentlich sagen, Mama, ich brauche was. Papa, ich brauche was. Find's raus, was es ist und hilf mir dabei. So, Autonomiephasen starten so ungefähr mit anderthalb Jahren bis circa dreieinhalb Jahre. Und dann gibt es die sogenannte Wackelzahn-Pubertät. Das ist dann die zweite Autonomiephase, so zwischen fünf und sieben. Und dann gibt es die dritte Autonomiephase. Das ist das Teenager-Alter. Angenehme Gefühle werden ausgelöst, wenn du es schaffst, diese Klarheit auszustellen. Klarheit, Sicherheit, Ruhe, Stolz, vielleicht auch Entspannung, Stärke, also Stolz darauf, dass du jetzt vielleicht ruhig bleibst und nicht ausblippst. Und ich möchte euch eine Herzensempfehlung noch mitgeben für eure innere Haltung. Versuch, diesen Gedanken loszulassen. Du musst immer starr bei deiner Meinung bleiben. Wenn ich was gesagt habe, muss ich auch immer dabei bleiben. Es ist okay, auch mal deine Meinung zu ändern, gerade wenn Kinder älter werden. Sagen wir mal, es ist ab fünf Jahren. Fangen die ja an zu argumentieren. Und es ist wirklich wichtig, Kinder mit ihrer Meinung ernst zu nehmen, ihnen auch zuzuhören. Natürlich muss man nicht alles zerreden und auch nicht alles diskutieren. Aber manchmal kannst du auch sagen, weißt du was? Wir haben jetzt gesprochen, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und ich bleibe nicht bei meinem Nein. Du darfst heute zum Beispiel noch eine Serie gucken, dafür dann morgen nicht. Könnte zum Beispiel ein Kompromiss sein. Und auch da, dich von deinem Kind überzeugen zu lassen, das können so schöne Zaubermomente sein. Und dein Kind merkt dann, oh, ich werde hier wirklich liebevoll behandelt, respektvoll behandelt. Und dadurch lebst du auch Kompromissbereitschaft vor. Das heißt, wenn du manchmal einen Kompromiss machst, dann macht dein Kind vielleicht beim nächsten Mal auch einen Kompromiss. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, na gut, machen wir einen Kompromiss, kannst du sicher sein, dass dein Kind in anderen Momenten sagt, okay Mama, dann mache ich einen Kompromiss. Das ist ja das Schöne, weil Kinder lernen am meisten am Vorbild ihrer Eltern. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den fünf wichtigen Strategien im Alltag. Ich frage noch mal einmal kurz nach, ob bei YouTube alles läuft, ob ich irgendwas machen darf. Ich frage noch mal kurz noch mal, warte noch mal ab. So, meinen Bildschirm sollte man eigentlich komplett sehen. Wer sieht den Bildschirm? Doch, man sieht ihn komplett. Genau. Heike, dann liegt es wahrscheinlich an deiner Einstellung. Da kannst du gerne noch mal gucken. Es sollte eigentlich alles gut zu sehen sein. So, bevor wir jetzt wirklich in die Umsetzung gehen, in die konkreten Strategien, noch mal der Reminder. Reminder, du brauchst ein klares Warum für deine Grenzen. Da kannst du auch gerne noch mal in die Aufzeichnung gucken. Diese vier Fragen, die ganz wichtig für dich sind, dass du dir noch mal stellst, bevor du wirklich eine Grenze setzt. Dass du dir immer mal überlegst, in welchen Momenten setze ich eigentlich Grenzen. Kannst dich auch übrigens mal hinsetzen mit deinem Partner und sagen, sag mal, bei welchen Sachen wollen wir eigentlich wirklich Nein sagen? Und bei welchen Sachen ist es uns auch irgendwie wurscht? Also, das ist ja eure Entscheidung, was euch in der Familie wichtig ist. Dann brauchst du, und das ist so entscheidend, eine liebevolle Haltung deinem Kind gegenüber. Das ist so, so wichtig, weil diese liebevolle Haltung deinem Kind gegenüber, die beeinflusst, ob dein Kind sich respektvoll behandelt fühlt. Dein Kind spürt, ob du denkst, boah, ich kann dich heute nicht mehr sehen oder du machst es mit Absicht. Dann fühlt sich dein Kind nicht respektvoll behandelt. Und ich mache jetzt ein Gegenbeispiel. Du hast das Gefühl, vielleicht dein Chef oder deine Chefin, die denkt schlecht über dich. Und sie setzt dir dann eine Grenze oder dein Chef setzt dir eine Grenze. Wie ist es dann für dich? Kannst du die Grenze von dieser Person akzeptieren, wenn sie dich respektlos behandelt oder wenn sie schlecht über dich denkt? Wahrscheinlich denkst du, es ist mir doch wurscht, was die Person zu mir sagt. Und du gehst dann eher in einen Machtkampf. Und das ist etwas, was ihr euch echt bewusst machen dürft. Eure Gedanken sind so wichtig. Eure Kinder spüren, ob ihr auf seiner Seite seid. Oder auf ihrer Seite seid. Ja, und dann die Antwort auf die Frage, welches Bedürfnis erfüllt mein Kind sich durch sein Verhalten? Warum verhält sich mein Kind so? Was steht dahinter? Was braucht es gerade? Genau darum geht es. So, und eine Frage aus der Community passt dazu. Was tun, wenn mein Kind nicht auf mich hören will und er mich ignoriert, weint oder brüllt? Was tun, wenn mein Kind nicht auf Stopp reagiert und weitermacht? Das ist jetzt eine Frage aus der Community. Und hier möchte ich euch die Strategie empfehlen, handeln anstatt zu erklären. Diese Strategie brauchst du vor allem, wenn du noch ein kleineres Kind hast. Allerdings oft auch noch bei Kindern, so im Grundschulalter. Weil wenn Kinder emotional sind, auch bei Teenagern, auch bei Erwachsenen noch, und die grüllen und weinen, dann können die nicht mehr zuhören. Das ist rein hirnphysiologisch gar nicht möglich, zuzuhören und emotional zu sein. Weil ein anderer Teil im Gehirn angesprochen wird, des Kindes. Das heißt, du brauchst nichts erklären, sondern wichtig ist einfach, deinem Kind zu helfen, dass es aufhören kann. Gesetz dem Fall, dein Kind schlägt, du gehst dazwischen, nimmst die Hände, nimmst es aus der Situation und versuchst, die Wut zum Beispiel anders rauszulassen, indem ihr in ein Kissen schlagt oder indem ihr die Wut rausstrampelt oder indem ihr die Wut wie einen Düsenchat rauslasst. Ja, werdet da auch kreativ. Nur wichtig ist, nicht so viel reden, mehr handeln und vor allem auch mitmachen. Viele Eltern sagen zum Beispiel, ja, bei mir hilft es gar nichts, mein Kind schlägt nicht ins Kissen. Und das liegt daran, dass viele Eltern nicht richtig mitmachen. Also wenn zum Beispiel eine Mutter kommt, oder ich kenne das selber auch von mir, wenn ich jetzt ein Kissen nehme und sage, und hier kannst du reinhauen und damit wirklich durch die Wohnung gehe, dann bin ich mit dabei und helfe meinem Kind, dass es auch nicht mehr so unangenehm ist, die Wut rauszulassen. Das liegt oft daran, dass wir selber oft keine Strategien haben, um mit Wut umzugehen. Und deswegen fällt es uns halt auch schwer, diese Wut wirklich rauszulassen, gemeinsam mit unseren Kindern, ohne anderen wehzutun. Und viele Eltern erklären halt ganz viel. Und gerade ein zweijähriges Kind, dem braucht man noch nicht viel erklären. Das kann am besten über das Vorbild lernen, über das Ausprobieren und über das, dass du handelnd eingreifst. Zum Beispiel passt da auch die Frage dazu, mein großer zeigt selbstverletzendes Verhalten, wenn er etwas nicht darf. Wie reagiere ich da am besten? Auch hier, du gehst sofort dazwischen, sagst Stopp, du bleibst unverletzt, nimmst die Hände vom Kopf und lenkst auch da wieder dieses Verhalten um. Gibst diesem Gefühl ein Ventil. Also Notfall heißt es auch, rausgehen, vor die Tür gehen, auf der Wiese eine Runde rennen. Oder ich sage zum Beispiel auch immer in meinem Wut-Webinar, das ich auch anbiete, eine Wut-Ecke einrichten, wo man mit dem Kind hingeht und die Wut wirklich rauslassen kann. Nur es bringt nichts zu reden. Und dieses Handeln anstatt reden, das fällt einem so wahnsinnig schwer, weil viele Eltern wollen bei der bedürfnisorientierten Erziehung alles immer erklären. Und da wird oft vergessen, dass wir es nicht mit Erwachsenen zu tun haben, sondern mit Kindern. Also ich höre ganz oft, wie Eltern mit ihren Kindern reden, als wären sie schon erwachsen. Und das passiert zu leicht, weil sie eben oft schon so erwachsen wirken. In anderen Momenten, da denken wir, so ein vierjähriges Kind, das redet irgendwie wie ein Erwachsener. Und trotzdem ist es immer noch ein kleines Kind, das in dem Moment, wenn es emotional ist, ganz viel Hilfe braucht. Handeln statt reden. Ganz wichtige Strategie. Dann die nächste Strategie. Vorbeugend Bedürfnisse stillen. Und das setzt eben voraus, dass du auch Bedürfnisse erkennen kannst. Und wie gesagt, wenn du selbst deine Bedürfnisse nicht gut erkennen kannst bei dir und auch schlecht für deine Bedürfnisse sorgst, wird es dir vermutlich auch bei deinem Kind schwerfallen, die Bedürfnisse zu erkennen. Weil feinfühliges Verhalten entwickelt sich darüber, dass du erstmal deine Bedürfnisse erkennen kannst und dann auf dein Kind eingehen kannst. Und dann erkennst, warum macht mein Kind das? Das kannst du eben lernen, indem du wirklich einen umfassenden Einblick bekommst in dieses Feinfühligkeitsthema. Dass du lernst, schnell zu erkennen, was braucht mein Kind eigentlich? Hier eine Frage aus der Community. Meine Tochter, dreieinhalb, liebt ihren Bruder und will ihn aufwecken, anfassen und küssen, wenn er schläft. Sie hört dann nicht auf, wenn wir es sagen. Und da hat auch die Mama gefragt, wie kann ich da liebevoll eine Grenze zeigen? Hier würde ich vorbeugen das Bedürfnis nach Fürsorge der Tochter stehen, weil die möchte sich um den Bruder kümmern und würde ihr zum Beispiel eine Puppe kaufen, die sie sich kümmern darf, würde sie total mit einbeziehen beim Bruder. Vor dem Einschlafen, also bevor der Bruder wieder vielleicht sein Schläfchen macht, würde ich dafür sorgen, dass sie noch mit ihm kuscheln darf, dass sie ihn küssen darf. Und dann mit ihr vereinbaren, du weißt, wenn die Augen zu sind, dann lassen wir ihn schlafen. Und dann, wenn sie trotzdem auf den Bruder zugeht, würde ich sie liebevoll wegnehmen. Aus der Situation und umlenken und zum Beispiel auch wieder das Bedürfnis erfüllen. Und zum Beispiel sagen, komm, dafür darfst du jetzt deine Puppe küssen. Ja, das heißt, da braucht man gar nicht hart sein, sondern einfach vorbeugend oder in dem Moment das Bedürfnis stillen und umlenken. Eine weitere Frage. Mein Kind findet nur schwer zur Ruhe und wehrt sich gegen den Schlaf. Wenn ich ihr Empathie schenken will, gibt sie mir immer vor, wie ich mich genau hinsetzen soll. So, das gibt ja so Kinder, die dann sagen, nein, du musst es so machen oder du musst die Treppe jetzt nochmal hochlaufen oder nochmal runterlaufen. Dann fangen Kinder so an, einen so rumzukommandieren. Und das ist immer ein Zeichen, dass dein Kind nach Führung und Sicherheit schreit und dass es einerseits bestimmen will, ja, weil es muss dann schlafen und es braucht eigentlich dann so ein bisschen Mitbestimmung, weil es will in dem Moment nicht schlafen und will selber entscheiden, wann es einschläft. Und doch ist es wichtig, dann dieses Autonomiebedürfnis vorherzustellen. Das heißt, lass dein Kind vielleicht nachmittags besonders viel entscheiden oder lass es beim Abendessen anderen vielleicht das Wasserglas einschenken, dass es mithelfen kann. Oder lass es aussuchen, welchen Schlafanzug es anzieht an dem Abend. Das heißt, du stillst das Autonomiebedürfnis auch in der Abendroutine vor dem Schlafen. Dann brauchst du es nicht mehr stillen, wenn es eigentlich Schlafenszeit ist. Dann habt ihr weniger Stress. Genau, nächste Frage passt auch dazu. Mein Kind will immer Baby spielen. Mich macht das wahnsinnig. Er hört nicht auf. Was tun? Also hier ist das große Bedürfnis auch wieder Geborgenheit, Nähe. Kinder, die Baby spielen wollen, suchen immer nach dieser Phase, wo man so viel getragen wurde, wo man gestillt wurde, wo man noch gewickelt wurde. Das ist ja eine Zeit, in der sich ein Kind wahnsinnig geborgen fühlt und ganz viel Nähe und Aufmerksamkeit bekommt. Und gerade dann, wenn man entweder mit dem zweiten Kind schwanger ist oder schon ein Geschwisterchen da ist, fangen Kinder wieder an, Baby zu spielen. Und man spricht ja in der Forschung von den sogenannten Regressionsspielen. Das heißt, geh auf das Spiel ein. Versuch dann auch dein älteres Kind wie ein Baby zu behandeln. Tu zum Beispiel spielerisch so, als würdest du stillen. Oder tu spielerisch so, als würdest du es wickeln. Einfach um dieses Grundbedürfnis nach Geborgenheit und Nähe zu stillen. Und es bringt überhaupt nichts, da eine Grenze zu setzen, sondern auch da wieder, das Grenzen setzen bedeutet rechtzeitig, das Bedürfnis zu stillen. So, und jetzt kommt die dritte Strategie beim Grenzen zeigen. Ganz wichtig ist, keine Angst vor Frust des Kindes. Wenn es wirklich nötig ist, Nein zu sagen, dann ist es okay, dass dein Kind danach ausflippt, frustriert ist, traurig ist. Und dazu habe ich eine Frage, die dazu passt. Mein Kind möchte nicht, dass mein Mann morgens auch im Bett ist. Es möchte nur mit mir alleine kuscheln und flippt aus, wenn mein Mann ins Bett kommt. Was tun? Und da möchte ich jetzt nochmal wirklich genauer mit euch reingehen. Um was geht es euch da? Euch geht es ja wahrscheinlich um das Bedürfnis, wenn auch der Mann vielleicht ins Bett kommt zum Kuscheln, nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit. Und ihr möchtet vielleicht nicht, dass euer Kind bestimmt, wer jetzt im Bett liegt, sondern dass ihr das als Erwachsene bestimmen könnt. Und da ist es durchaus okay zu sagen, du, ich habe das gehört, du willst lieber alleine mit mir kuscheln. Und wir kuscheln jetzt auch nochmal ganz, ganz arg. Und dann steht fest, dass der Papa auch ins Bett kommt zum Kuscheln. So, das heißt, der erste Schritt ist die Einfühlung. Du gehörst deinem Kind, du gibst ihm nochmal diese Zeit alleine mit dir vielleicht. Und danach ist völlig klar, dass der Papa auch seinen Platz im Bett hat. Und wenn dann Frust kommt, gilt es, diesen Frust liebevoll zu begleiten. Und zum Beispiel sich setzen, wie ich weiß und ich bin für dich da. Und du kannst auch dein Kind dann in dem Moment, wenn es zum Beispiel weggeht, auch für ein paar Minuten, allein lassen ist so ein blödes Wort, aber du kannst ihm den Raum geben, dass es sich auch in dem Moment einfach mal so ein kleines bisschen ausdrückt und wütend ist. Und vielleicht auch zwei Minuten allein beim Kinderzimmer ist und weint, es sei denn, es braucht dich und schreit nach dir, dann gehst du natürlich hinterher. Ja, und du sagst auch, ich bin jederzeit für dich da. Wichtig ist nur, dass du dein Kind nicht für so ein Verhalten bestrafst. Und oft ist es eben so, dass Kinder einen auch wegschicken in der Wut, weil sie kurz einen Moment für sich brauchen. Genau, und vielleicht hast du auch schon oft gehört, man darf Kinder auf gar keinen Fall allein lassen, wenn sie starke Gefühle haben. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also ich bin zum Beispiel gerne mal allein, wenn ich ein starkes Gefühl habe, einfach mal in den ersten Minuten und bin dann froh, wenn jemand kommt. Und so ist es auch für Kinder dann auch. Wichtig ist nur, dass die Kleinen wissen, sie können jederzeit kommen und du schaust irgendwann nach ihnen. Das heißt, du könntest die Zeit dann auch nutzen, deinem Kind zwei Minuten Zeit zum Weinen zu geben, noch zu kuscheln in der Zeit mit deinem Partner und dann zu deinem Kind zu geben. Eine weitere Frage, die dazu passt, mein Kind möchte am liebsten 24-7 an mir dran sein. Manchmal brauche ich auch mal kurz Zeit für mich, um etwas zu kochen oder Ähnliches. Was tun? Auch hier kannst du nicht mehr machen, als deinem Kind vorher sagen, du, ich weiß, du möchtest am liebsten die ganze Zeit mit mir spielen und jetzt in fünf Minuten beginne ich zu kochen und davor können wir noch kuscheln, können wir noch spielen. Du kündigst das also an. Diesen Übergang kündigst du an. Und wenn du dann dich ans Kochen machst und dein Kind quengelt, kannst du das liebevoll mit deiner Stimme begleiten und sagen, hey, ich habe das gehört, ich koche jetzt hier, ich bleibe jetzt hier am Herd. Auch zum Beispiel, wenn da ein Topf mit heißem Wasser steht, ist es okay, wenn du dein Kind auch mit deiner Stimme beruhigst. Dann ist deine Grenze klar. Du kümmerst dich jetzt kurz um dich, du gehst auch mal kurz auf Toilette, du trinkst in Ruhe das Glas Wasser zu Ende. Ja, das kann nicht sein, dass ihr gar nichts mehr machen könnt. Ja, also da ist eure Grenze erreicht. Da ist ja schon meine Grenze erreicht, wenn ich darüber rede. Ja, ihr braucht es auch mal ein paar Minuten für euch zu haben. Und wenn euer Kind dann quengelt, dann darf es quengeln, weil das stärkt auch die Frustrationstoleranz eures Kindes. Es sei denn, das Kind ist noch ein Baby. Weil dann ist es wichtig, dass ihr sehr schnell und prompt auf die Bedürfnisse reagiert. Wobei, selbst bei einem Baby ist es so, gesetzt im Fall, ihr seid unter der Dusche. Und das Weinen zum Beispiel, dann kannst du auch aus der Dusche raus sagen, ich bin da und ich dusche noch schnell zu Ende. Und klar, beeilst du dich dann beim Duschen. Nur auch das ist durchaus in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass du ein Kind schreien lässt. Nur ich kriege das eben mit, dass manche Eltern sich nicht mehr trauen, auch mal nur für eine Minute auf Toilette zu gehen. Und das kann nicht sein. Also da brauchen wir mehr Grenzen unbedingt. Weil ansonsten brennt ihr aus. Ihr kriegt echt einen Burnout. Nora Immler hat da, glaube ich, gerade ein ganz tolles Buch zugeschrieben. Ich konnte es leider noch nicht lesen. Genau, das ist ganz entscheidend. Irgendwo sind eure Grenzen und die dürft ihr euch dann auch nehmen. Wichtig ist nur, dem Kind vorher Einfühlung zu schenken, den Bindungstank zu führen und zum Beispiel vor dem Kochen zu sagen, hey, jetzt kuscheln wir noch und in fünf Minuten beginne ich dann zu kochen und dann eben auch wirklich dabei zu bleiben und für euch zu sorgen. So, jetzt gibt es noch das große Thema Grenzen bei Umgewöhnung. Zum Beispiel beim Abstillen, bei Schlafroutinen. Also wenn ein Kind zum Beispiel immer nur mit der Mama abends die Einschlafbegleitung machen kann. Wenn es um das Thema Milch oder Wasser in der Nacht geht und ihr eigentlich wisst, euer Kind braucht nachts eigentlich gar keine Milch mehr. Das ist eher so eine Angewohnheit. Dann kann ich euch sagen, dass es so diese 14-Tage-Routine gibt. Das heißt, du bleibst 14 Tage dann bei einer neuen Routine, machst es natürlich sanft, also das Abstillen zum Beispiel. Machst du vielleicht so, dass du zum Beispiel nur noch abends zum Einschlafen stillst oder dass du nur noch vielleicht nachts stillst oder zum Beruhigen und dann ansonsten tagsüber nicht mehr. Das heißt, du machst es sanft, immer weniger und dann kommt eben zum Beispiel auch bei der Schnullerabgewöhnung, dass er tagsüber das Kind den Schnuller nicht mehr nimmt und dann abends zum Beruhigen nur noch und irgendwann kommt dann der Moment, wo du innerlich weißt, mein Kind ist soweit und ich bin soweit und jetzt kommt die Umgewöhnung und jede Umgewöhnung sorgt immer für Frust. Die sorgt für Tränen, für Wut. Nur deinem Kind fällt die Umgewöhnung viel, viel leichter, wenn du völlig überzeugt bist, das Richtige zu tun. Und so ist es eben oft auch beim Schlafen. Also ich hatte erst wieder eine Mama, ich mache auch viel Schlafberatung und die hat dann auch gesagt, ja, ich habe einfach seit Monaten nicht geschlafen. Und dann hat sie eben tatsächlich entschieden, ein Wochenende zu ihren Eltern zu fahren, sich auszuschlafen und der Partner hat dann übernommen und plötzlich haben die Kinder auch den Papa akzeptiert. Also manchmal braucht es dann auch solche ein bisschen radikalen Varianten, um wirklich was umzustellen. Und hier habe ich nämlich tatsächlich auch nochmal eine Frage aus der Community. Mein Kind lässt mich nicht alleine, wenn ich kurz vorm Platzen bin, trotz vielen Bitten, wie schaffe ich mir Raum? Auch hier ein Kind, das in der Emotion ist, das kann nicht auf deine Ansage hin die Grenze akzeptieren und den Raum verlassen, sondern es ist deine Aufgabe, aber wenn du merkst, du bist richtig wütend und du platzt gleich und du schreist gleich rum, den Raum zu verlassen, zu sagen, stopp, ich gehe in die Küche, trinke ein Glas Wasser, das Fenster aufzureißen, tief durchzuatmen und dir diesen Raum zu nehmen. Und wenn du kurz die Tür zumachst auf der Toilette und abschließt, bevor du ausblipst, ist das immer noch der bessere Weg, einmal kurz zu gehen und die Tür zuzumachen. Ich weiß, dass sich das viele Eltern nicht erlauben, nur ich möchte euch da halt echt die Erlaubnis geben, weil euer Kind leidet viel mehr darunter, wenn ihr es gewaltvoll anschreit oder ausflippt, als wenn ihr euch kurzen Moment vor euch Zeit nehmt. Also da sind eure Grenzen ganz wichtig und da habe ich auch noch mal als vierte Strategie drüber geschrieben, die eigenen Bedürfnisse aus Fürsorge zuerst stillen, weil euer Kind hat nichts von euch, wenn ihr da bleibt und in den Raum bleibt und vollkommen durchdreht. Und irgendwann, das kennt jeder von uns, ist der Moment erreicht, wo man auch einfach mal durchdreht. Also das sage ich einfach so, wie es ist, weil mit zwei Kindern, mit drei Kindern, dann vielleicht nicht geschlafen, Eltern sein ist halt einfach maximal herausfordernd und anstrengend. Und gerade auch als pädagogische Fachkraft, auch in der Gruppe, es passiert einfach und dann brauchen wir Strategien, um Kinder zu schützen und eben auch langfristig Strategien, besser für sich zu sorgen, damit es eben wirklich nicht oft passiert, weil Kinder dadurch eben auch Schaden nehmen. Eine weitere Frage. Ich habe jetzt nächtelang nicht geschlafen. Mein Kind akzeptiert meinen Partner nachts nicht. Dabei bräuchte ich so dringend Schlaf. Da hatte ich gerade schon das eine Beispiel genannt. Ich kenne viele Eltern, die ich auch im Bindungskurs begleite, die zum Beispiel am Abend das Haus verlassen oder abends einen Termin mit einer Freundin ausmachen. Und auch wenn die Kinder abends beim Partner dann weinen, kann es mit der entsprechenden Vorbereitung der Kinder eine Umgewöhnung sein. Und auch da bedeutet es dann, dass der Partner den Frust liebevoll begleitet. Und traut euch, diese Veränderungen zu machen. Traut euch auch, auf eure Bedürfnisse zu gucken. Eure Kinder können diesen Frust aushalten. Es ist sogar wichtig, dass sie den aushalten, damit sie damit umgehen lernen. Weil unsere Welt ist ja nicht immer nur Ponyhof leider, sondern Kinder sollen ja auch lernen, mit Frust umzugehen. Sie sollen auch lernen, dass manchmal Menschen was tun, was sie sich vielleicht nicht so wünschen und dann trotzdem jemand da ist, der auf sie aufpasst. Der Partner ist ja dann in dem Fall da, also der Papa in dem Fall vielleicht, der die Kinder ins Bett bringt. Oder vielleicht die Oma oder die Freundin. Je nachdem, wenn du alleinerziehend bist, gibt es vielleicht ja auch keinen Partner. Die fünfte Strategie. Du sollst bei deinem Kind durch Grenzen nicht das Bedürfnis, nicht den Wunsch erfüllen, sondern immer das Bedürfnis. Ein Beispiel. Meine Tochter möchte das Haus nicht verlassen. Ich tue dann so, als würde ich ohne sie losgehen. Das ist Mist. Sie will das nicht mehr, die Mutter. Das Bedürfnis ist des Kindes Geborgenheit, vielleicht ja auch Bewegung und der Wunsch des Kindes ist, zu Hause zu bleiben. Das heißt, die Aufgabe von dir, beim Grenzen zeigen ist, klar zu machen, ihr geht jetzt raus, dem Kind noch Geborgenheit zu schenken und zu sagen, was brauchst du denn noch für ein Zuhause, was können wir denn von drinnen nach draußen nehmen oder deinem Kind noch ein bisschen Zeit zu lassen, zu Hause noch ein bisschen zu kuscheln und dann rauszugehen, um das Bedürfnis nach Bewegung zu erfüllen. Das heißt, oft hilft es auch, wenn Bedürfnisse erfüllt werden, sich noch mal kurz Zeit zu nehmen, noch mal einen Schritt zurückzutreten, anstatt gleich durchzusetzen und in diesem Moment sofort unter Zeitdruck das Haus verlassen zu müssen. Fest steht allerdings, das Haus wird verlassen, vielleicht fünf oder zehn Minuten später. Ihr seht schon, es gibt einen Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis, beim Grenzen zeigen. Eine weitere Frage, die dazu passt, was tun, wenn mein Kind unbedingt eine große Flasche möchte, obwohl sie undicht ist und ich sie ihm deswegen nicht geben kann. Das habe ich auch schon so oft erklärt, hat die Mutter geschrieben. Und das Bedürfnis ist hier wahrscheinlich entscheiden, aus welcher Flasche ich trinke. Also das Kind möchte selber entscheiden, welche Flasche ich hier nehme. Also ich habe das auch manchmal, ich trinke aus manchen Gläsern lieber als aus anderen. Ja, ich will das selber entscheiden, aus welchem Glas ich trinke. Und der Wunsch des Kindes ist die undichte Flasche. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um diese undichte Flasche, sondern wahrscheinlich um das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, ich kann dem Kind auch eine andere Flasche geben oder vielleicht noch ein Glas anbieten oder was auch immer. Und die undichte Flasche kommt auch übrigens weg. Ich würde die aus Sichtweite des Kindes machen oder sie wegwerfen oder sie reparieren, damit das Kind nicht immer damit konfrontiert ist. So, und jetzt zum Abschluss meine Herzensempfehlung. Sage vor allem nicht zu häufig Nein, weil ganz oft, und ich weiß nicht, ob du dich dabei auch selbst ertappst, sind wir viel zu oft am Nein sagen. Nein, hör auf, lass das. Und das liegt auch daran, dass Kinder oft nicht in einer sogenannten Ja-Umgebung sind, ja, weil sie vielleicht irgendwie zu Hause sind und da viel kaputt machen können oder vielleicht auch, weil das Geschwisterchen ständig in der Nähe ist, anstatt vielleicht auch da dem Kind mal ein bisschen Raum zu geben, sich zurückzuziehen. Das heißt, sorge für ein Umfeld, damit du nicht zu oft Nein sagen musst und erkenne rechtzeitig die Bedürfnisse, damit du nicht zu oft Nein sagen musst. Und wisst ihr, was auch schön ist? Manchmal lohnt es sich einfach abzuwarten. Und da habe ich ein ganz, ganz schönes Beispiel. Das bezieht sich nochmal auf die Frage von oben. Da hat die Mutter geschrieben, meine Große will den kleinen Bruder, dass der noch Baby ist, immer streicheln und küssen, wenn er schläft. Ich weiß nicht, ob er euch an das Beispiel erinnert. Und auch dieser Mama möchte ich nochmal empfehlen, mal abzuwarten und zu gucken, ob die Schwester wirklich das Baby aufweckt, wenn es ganz sanft über das Köpfchen streichelt. Oder ob die Grenze vielleicht gar nicht nötig ist. Weil gerade bei älteren Geschwistern setzt man oft viel zu früh eine Grenze und schreit schon Nein, obwohl man gar nicht richtig sieht, was das Kind eigentlich machen will. Nein, pass auf oder geh nicht zu nah dran. Und das ist natürlich total schade, weil die älteren Kinder fühlen sich dann auch total verurteilt, wenn man viel zu früh ihnen immer sagt, dass sie irgendwie was falsch machen eigentlich. Ich weiß nicht, ob das euch vielleicht auch manchmal passiert. Das ist auch, wenn man natürlich schon viel erlebt hat, ist man da manchmal auch ein bisschen gebranntmarkt. Wenn man sich denkt, oh Gott, heute Morgen hat mein Kind schon das Geschwisterchen geschlagen, dann macht das jetzt wahrscheinlich das Gleiche. Man spricht da in der Psychologie von dem sogenannten Hello-Effekt. Wenn das einmal macht, macht das immer. Und deswegen ist es manchmal auch gut, kurz abzuwarten. Und was eben dazu führt, dass eben das erstgeborene Kind auch manchmal sich verurteilt fühlt, dann noch auffälliges Verhalten zeigt, weil das ja eigentlich nur angenommen werden möchte und gesehen werden möchte. Und deswegen werden dann oft auch die älteren Kinder, die zu oft Nein hören und zu harte Grenzen kriegen, noch auffälliger. So, meine Lieben. Eine Frage aus der Community noch, die gut dazu passt. Mein Kind will eine andere Jacke anziehen und zieht sie nicht aus. Das habe ich vorher schon genannt. Was tun? Das Bedürfnis ist ja des Kindes Autonomie. Es möchte selber bestimmen, welche Jacke ihm gefällt. Wir möchten ja auch oft selber bestimmen, was wir anziehen, was uns heute so gefällt. Und der Wunsch in dem Moment, da ist gerade ein Fehler drin, sehe ich, ist die besondere Jacke, aber das Bedürfnis ist eigentlich Autonomie. Und wenn du deinem Kind in dem Moment diese Autonomie lässt und sagst, klar, dann lass die Jacke halt an, ich nehme die Winterjacke mit raus, dann bist du im Kompromiss eingegangen und es braucht gar nicht unbedingt diese Härte. Ja, dann kannst du in diesem Moment auch einfach mal nicht Nein sagen. Deswegen überleg dir ganz genau, in welchen wichtigen Momenten du Nein sagst, weil zu viele Grenzen zeigen, verstärkt negatives Verhalten. Und in den Momenten, wo es wichtig ist, sei sehr klar, so wie wir besprochen haben. Und da habe ich dir jetzt nochmal Formulierungshilfen. Du handelst, wenn ein Kind schlägt zum Beispiel, sagst zum Beispiel, nicht, was es nicht tun soll. Also du sagst nicht, nicht schlagen, das tut weh, sondern du sagst, die Hände weg, alle bleiben unverletzt. Oder du sagst, jetzt wird es mir zu viel. Also du kannst durchaus auch deine Grenze artikulieren oder jetzt wird es mir zu laut, jetzt wird es mir zu wild. oder du sagst, anstatt zu sagen, nicht spucken, sagst du, die Spucke bleibt im Mund. Oder anstatt, Aua, das tut mir weh, sagst du, Stopp, das ist mein Körper. Oder anstatt zu sagen, nicht beißen, sagst du die Zähne weg und nimmst du das Gesicht deines Kindes weg, wenn es beißt. Oder wenn dein Kind auf ein anderes zugeht und schubst, gehst du sofort hin, nimmst dein Kind weg und sagst, aufhören, alle bleiben unverletzt. Und jedes Mal, wenn ein Kind eine Grenze nicht einhalten kann, heißt das, dass es Hilfe braucht. Und du hilfst deinem Kind, dass es die Grenzen akzeptieren kann, durch deine Führung, durch dein Handeln. Und wenn es wirklich wichtig ist, gehst du eben auch körperlich rein. Wenn dein Kind zum Beispiel sich losweist auf der Straße, dann packst du dein Kind am Arm, aus Sicherheitsgründen, und ziehst es aus dem Straßenverkehr, völlig klar. Wichtig ist, dass deine innere Haltung dabei liebevoll ist und du denkst, ich helfe dir, dass du sicher bist. Also denk immer an die Fürsorge. Und das ist mir nochmal so wichtig, diese Haltung, wie ihr etwas tut. Also wenn ihr das Kind aus dem Straßenverkehr ziehen müsst, es ist natürlich unangenehm, das fühlt sich nie gut an, ein Kind zu packen oder ein Kind manchmal auch körperlich ja auch irgendwo zu was zu zwingen, um es zu schützen. Nur wenn du dann in dem Moment denkst, ich mache es für dich, ich mache es aus Liebe, aus Fürsorge, wenn du ein klares Warum dafür hast, dann wird dein Kind das auch nicht als Gewalt empfinden und danach gehst du wieder in Verbindung mit deinem Kind, nimmst es in den Arm und sagst so, jetzt hast du dich auf der Straße erschrocken, da ist ein Auto gekommen, ich habe dich beschützt und dann habe ich dich am Arm angepackt. Also du kannst dann durchaus mit deinem Kind reden, wenn es noch kleiner ist, rede weniger und versuche einfach in Verbindung zu gehen. Streichel es, wieg es hin und her, das hilft deinem Kind, Bindungshormone auszuschütten, damit es sich nicht von dir gewalttätig behandelt fühlt. So, und jetzt, je älter dein Kind wird, desto wichtiger wird es, auch mit deinem Kind darüber zu reden, was dir wichtig ist. Wenn ein Kind unter drei Jahre ist, ist es sehr schwer, Dinge ausführlich zu erklären. Wie gesagt, ein Kind bis zu ungefähr drei Jahren kann noch keine Perspektive übernehmen. Da braucht ihr nichts erklären, da braucht ihr auch nicht sagen, es tut weh oder das arme andere Kind, jetzt hast du das Kind traurig gemacht. Solche Sätze, die bringen überhaupt nichts, sondern erst so ungefähr ab vier bis fünf Jahren fangen Kinder wirklich an, Sachen auch kognitiv zu verstehen. Und ich habe euch hier so ein paar Sätze aufgeschrieben, sowas wie, wenn es um die Gesundheit und Sicherheit geht, entscheiden die Erwachsenen. Und dann entscheide ich als Mama, dann entscheide ich als Papa. Oder, mir ist wichtig, dass wir zum Beispiel in der Familie zusammenholten. Oder, wir lösen Streit mit Worten, anstatt zu schlagen. Du kannst auch so Sachen sagen, wie alle Gefühle sind erlaubt. Wir unterstützen uns freiwillig gegenseitig. Wir versuchen liebevoll miteinander umzugehen. Das heißt allerdings nicht, dass wenn du deinem Kind das jetzt einmal sagst, ja, in einem ruhigen, respektvollen Gespräch, dass dein Kind das dann alles so umsetzen wird. Weil Kinder sind Kinder und die lernen nur über Wiederholung. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine fremde Sprache. Die lernen an eurem Vorbild und die lernen durch die Entwicklung und natürlich durch das, dass er immer wieder mit ihnen drüber redet. Das heißt, je älter ein Kind wird, desto mehr kann es davon verstehen, auch umsetzen. Nur am allermeisten lernen Kinder halt, indem sie ausprobieren und selber gucken, was passiert denn, wenn ich ein Kind in der Kita schlage, dann weint das und dann weiß ich irgendwann als Kind, wenn es weint, dann habe ich es anscheinend verletzt und dann erklärt mir das dann am Schluss auch noch jemand. Dann kann das Kind nach und nach verstehen, okay, schlagen tut dem Kind wirklich weh. Eure Kinder brauchen da viel mehr Zeit, als ihr vielleicht denkt und oft wird viel zu viel verlangt und viele Eltern sagen auch, ich habe es doch jetzt schon fünfmal gesagt. Das ist ganz schwierig, dass Kinder wirklich über drei, vier Mal irgendwas lernen können. die brauchen ganz, ganz viele Wiederholungen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es ein paar Erkenntnisse für euch gab. Vor allem, wenn es dir jetzt noch schwer fällt, Grenzen zu zeigen, ist es wichtig, dass dir klar wird, dass alte Gefühle aus deiner Kindheit eine Rolle spielen und dass du selbst in großer Not bist, weil du getriggert wirst. Und wichtig ist, dass du zusätzlich auch oft hohen, ohnmächtig und hilflos bist und deswegen gar nicht mehr so reagieren kannst, wie ich dir das heute Abend erzählt habe. Das hört sich vielleicht alles gut an, nur du merkst manchmal vielleicht, in dem Moment kann ich das nicht umsetzen. Und in dem Moment fehlt mir irgendwie dann die Sicherheit, dass ich wirklich respektvoll bleibe und dass ich klar bleibe, ruhig bleibe, bestimmt bleibe. Und das führt dazu, dass dein Kind sich noch unsicherer fühlt und deswegen auch nicht auf dich hört. Und bei dir ist es dann wahrscheinlich oft so, dass du kraftlos bist, dass du vielleicht auch überlastet bist, unruhig, hilflos in dem Moment. Also all diese Gefühle treffen vielleicht in dem Moment auch auf dich zu. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr mir im Chat mal schreiben, ob ihr vor allem in diesen Momenten, wenn ihr solche Gefühle habt, auch nicht so gut Grenzen zeigen könnt. Das hängt oft eng zusammen. So welche Gefühle kommen bei euch, wenn eure Kinder Grenzen überschreiten? Überforderung, Frustration, Verzweiflung, Wut, Ohnmacht, Genervtsein. Ich sehe schon, also viele dieser Gefühle treffen auf euch zu und es geht eben darum, dass ihr lernt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Davor kommt ihr nicht in das sichere Grenzen zeigen. Da kann ich euch diese Strategien sagen, ich kann euch sagen, ins Handeln kommen, alles, was ich euch heute gesagt habe. Das ist ganz schwer für euch. Auch Bedürfnisse erkennen ist schwer, wenn ihr da so in euren Gefühlen hängt. Und ich möchte euch nochmal sagen, dass auch wenn ihr das so fühlt, euch keine Schuld trifft, wenn ihr Grenzen zeigt oder wenn euch Grenzen zeigen schwer fällt, da euch ja die Vorbilder gefehlt haben. Also ihr hattet ja niemand, der das euch so gezeigt hat, wie man so eine liebevolle Grenze einfach mal setzt. Und du reagierst in den Momenten eigentlich wie fremdgesteuert. Dein Körper signalisiert dir eigentlich, dass du bedroht bist. So ist es zum Beispiel bei Geschwisterstreit, wenn Geschwister sich schlagen. Ich bin ja selber Geschwisterforscherin auch und habe einen Geschwisterkurs auch entwickelt. Und da, es ist ganz oft so, dass Eltern sagen, ich fühle mich so richtig bedroht, wenn mein Kind dann nicht auf mich hört. Das ist wie, wenn es um Leben und Tod ginge. Und was machen Menschen, wenn es um Leben und Tod geht? Man sich bedroht fühlt, man geht auf Angriff, man flieht, oder man erstarrt vollkommen. Das sind so die ganz normalen Überlebensmuster. Ich weiß nicht, was ist denn so eure Mutstrategie? Angriff ist auch lautes Schreien. Erstarren ist, wenn du einfach wie gelähmt bist, gar nichts mehr machen kannst. Hier haben wir viele Angreifer. Genau, dieser Angriff, da möchtet ihr sicher drüber hinwegkommen. Genau, manche sagen auch Flucht. Und das sind ganz urmenschliche Verhaltensweisen, um sich zu schützen eigentlich. Nur hilft es uns halt nicht im Umgang mit unseren Kindern, sondern es führt uns eher wieder weiter von ihnen weg. Und fest steht einfach, wenn Kinder auch immer und immer wieder Grenzen nicht akzeptieren, zum Beispiel viel schlagen oder sehr starke Gefühlsausbrüche immer wieder haben, dann fehlt ihnen die Führung, die Sicherheit und Verbindung oft zu den Eltern und dann werden manchmal wirklich wichtige Bedürfnisse einfach nicht erkannt. Also das erlebe ich oft so in den Einzelberatungen oder auch in den Bindungskurs, den ich anbiete, dass oft dann, sobald Eltern lernen, schneller zu erkennen, was die Kleinen brauchen, es viel weniger Stress gibt und es viel leichter wird. Und ich will dir einfach heute sagen, dass es auch für dich nicht immer so schwer sein muss, sondern es darf für dich auch einfach leichter werden. Es muss nicht immer so eher so ein Kampf sein. Viele Eltern sagen zu mir, es fühlt sich an wie ein Kampf, wie so ein Machtkampf jeden Tag mit meinem Kind. Und deswegen möchte ich dir von Herzen gerne, wenn du daran Interesse hast, meine vierwöchige Begleitung anbieten, mein Wissen und meine Expertise, alles, was ich sonst auch in Einzelberatungen vermittle und vor allem alles, was du so brauchst für den Alltag, so bei typischen Alltagskonflikten, die, die immer wieder vorkommen, bei den Übergängen, zum Beispiel nach dem Aufstehen, beim Zähneputzen, wenn es in die Kita geht, am Nachmittag, wenn dein Kind ausfülle, bei Geschwisterstreit. Und du brauchst ja auch manchmal vielleicht auch ein paar Strategien, was du sagen kannst. Und ich habe ganz, ganz viele Antworten auf diese Fragen. Und all das, was ich eben weiß, auch vor allem all das, was ich sonst eigentlich so in vier, fünf oder sechs Beratungen vermittle, in einen ganz, ganz großen Kurs gepackt. Und ihr wisst, dass ich Antelberatungen anbiete, die sind jetzt fast bis Mai schon ausgebucht. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich möchte einfach regelmäßig was bei Eltern anbieten, dass sie schnell in diese Bedürfniserkennung kommen. Und deswegen habe ich meinen großen Bindungskurs entwickelt, der, und das verspreche ich euch von Herzen, dazu beitragen wird, dass ihr es lernt, Grenzen liebevoll zu zeigen. Und ich weiß, dass ich heute hoffentlich schon viel Anreiz gegeben habe. Deswegen war das ja auch alles kostenlos heute Abend, weil mir viel daran liegt. Und ich kann euch versprechen, durch diesen vierwöchigen Kurs, durch die vierwöchige Begleitung, dass sich sehr viel mehr verändern wird. Und ich habe in diesem Kurs, der aus vier Modulen besteht, einmal ein Modul, das heißt Bindung durch Klarheit. Also du überwindest in diesem ersten Modul so deine Notstrategien wie Schreien und kannst besser mit deinen Gefühlen umgehen und erkennst, was du brauchst. Und dann wirst du feinfühliger, das heißt im zweiten Modul Bindung durch Feinfühligkeit lernst du schnell zu erkennen, was du brauchst, was deine Kinder brauchen. Dann das dritte Modul, da wirst du zum Leitwolf. Du lernst endlich Grenzen zu setzen, zu leiten, vorauszugehen, anstatt immer dein Kind die Entscheidungen treffen zu lassen. Und dann das vierte Modul Bindung durch Kommunikation, also was kannst du sagen, wie kannst du durch Worte die Beziehung zu deinem Kind nochmal intensivieren. Und dadurch sorgst du eben durch den Kurs für viel mehr Selbstsicherheit und für viel mehr Harmonie in eurer Familie, für mehr Vertrauen, vor allem in deine Fähigkeiten. Weil du weißt ja selber, wie das ist, wenn man kein Vertrauen darin hat, etwas zu machen, dann ist man nicht sonderlich überzeugend. Und eure Kinder merken, wenn ihr nicht überzeugend seid. Ja, die merken, wenn ihr unsicher seid und dann fühlen eure Kinder sich unsicher. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch sicher zu machen. Dann verspreche ich euch mehr Leichtigkeit im Umgang mit euren Kindern. Und das Schöne ist eben, dass darüber eure Kinder stark und selbstbewusst werden, dass sie sozial und emotional immer noch kompetenter werden, weil ihr frühzeitig erkennt, was sie brauchen. Und vor allem, die Definition von Selbstwertgefühl ist hier, dass ein Kind sich einerseits abgrenzen kann und sagen kann, Stopp, und hier ist meine Grenze und andererseits auch, sich um andere kümmert. Also die Balance ist es sozusagen. Und das wird ein Kind, das später auch gut für sich sorgen kann. Gut mit anderen zu sein, gut mit sich zu sein. Das lernst du durch den Kurs, wie du es deinem Kind vermitteln kannst. Und wie gesagt, diesen Kurs haben wir schon tausende von Menschen gemacht. Ich bin so dankbar. Ich habe hier so ein paar Stimmen für euch. Die Franzi sagt zum Beispiel, plötzlich machen meine Kinder mit und ich habe endlich keine Angst mehr vor starken Gefühlen. Die Merle schreibt, du hast durch deinen Kurs unser Familienleben revolutioniert. Das war immer auch so eine unglaublich schöne Wertschätzung für den Kurs und bin ich immer noch so gerührt, wenn ich es lese. Und das Letzte ist, endlich bin ich durch einen Kurs ins Handeln gekommen und kann mein Kind selbstsicher und liebevoll führen. Noch viel, viel mehr Stimmen zum Kurs findest du auch nochmal auf meiner Seite. Und ich habe auch deswegen nochmal ein kleines Video für dich, damit ich endlich mal eine Pause machen kann und ihr hört, was andere Teilnehmer des Bindungskurses sagen. Ich hatte mich zuvor schon viel mit Bindungs- und bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigt, habe es aber nicht wirklich hundertprozentig gelebt. Von der Theorie in die Praxis kommen war durch Martinas Kurs einfach unglaublich. Es war ein Game-Changer. Wenn man im Bindungskurs ist, dass er einfach ganz viel beeint. Ich danke dir wirklich aus tiefstem Herzen für diese großartige Arbeit, die du durch deinen Bindungskurs erschaffen hast. Du hast uns Strategien an die Hand gegeben, um mehr in Verbindung mit den Kindern zu kommen. Ich habe gelernt, meine eigenen Bedürfnisse und auch die meiner Kinder besser wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen, auch wenn ich sie nicht immer oder immer sofort erfüllen kann. Ich kann einfach nur allen Eltern ans Herz legen, diesen Kurs zu machen. Das ist eine tausendprozentige Empfehlung für diesen Kurs von Martina. So, meine Lieben, schon jedes Mal, wenn ich das Video sehe, muss ich fast weinen, weil ich ja auch merke, wie unglaublich sich die Familien verändert haben, die ich durch den Kurs begleiten konnte. Ich bin einfach, wie soll ich sagen, so gerührt und möchte auch, dass ihr euer Familien eben dahin verändern dürft. Und deswegen habe ich diesen Kurs für euch entwickelt. Ich verspreche dir wirklich, dass du lernst, besser mit starken Gefühlen umzugehen deines Kindes, auch wenn es Wutausbrüche hat. Du lernst Bedürfnisse, in drei Schritten zu erkennen. Die Verbesserung der Beziehungsqualität zu deinem Kind, die ist durch den Kurs auf jeden Fall gegeben und du wirst Leitwolf und Leitwölfin. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend für dich, um auch Grenzen zeigen zu lernen, um das auch umsetzen zu können. Und dafür ist der Kurs wirklich wie gemacht. Es steckt alles drin. Ich zeige dir noch mal Kurs, was du alles bekommst. Du kriegst Videos mit Antworten auf häufige Fragen. Du kriegst Erklärvideos, Rollenspielvideos, in denen ich so richtige Konflikte nachspiele mit meiner lieben Ella aus dem Team und dann zeige, wie du sie lösen kannst. Du kriegst eine kleine Meditation, die dir hilft, dich mit dir zu verbinden, tägliche Mantren und natürlich auch eine Bindungscrew, mit der du dich austauschen kannst. Und ein Workbook habe ich. Das gibt es inzwischen sogar in gedruckter Form. Das kannst du auch in gedruckter Form erwerben. Schaut mal, weil alle aus der Bindungscrew haben gesagt, Martina, das schöne Workbook muss unbedingt gedruckt werden. Und immer, wenn ich reinblätter, denke ich mir, wow, da ist wirklich alles drin. Das ist das absolute Herzstück meiner Arbeit. Und es gibt natürlich jeden Tag ein kleines Lernpaket. Ich war ja lang Grundschullehrerin und habe den Kurs wirklich so anschaulich wie möglich aufbereitet. Und ganz kurz nur für alle, ich habe das Geschenk noch für euch. Das gibt es am Ende noch. Ich habe noch eine kleine Audio-Datei für euch über den Link. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch kurz da zu bleiben. Ich bin nämlich gleich fertig. Genau. Und ihr seht, dass ich beim Bindungskurs jeden Tag so einen kleinen Lernplan erstellt habe. Und du siehst dann ganz genau, was du machen kannst. Und das Workbook siehst du hier auch. Das ist aus hochwertigem Naturpapier. und es gibt kleine Möglichkeiten in die Umsetzung zu kommen, indem du Sachen ausdrucken kannst und sie dir dann in solche Schatztonen legen kannst, um auch mit Herz und Hand und auch durch Basteln zu lernen. Das ist tatsächlich für viele Eltern eine Erleichterung, weil du dann wirklich in die Umsetzung kommst durch das ganze Material und du Sachen auch aufschreiben kannst. Je nachdem, was für ein Lerntyp du bist, hilft dir das total in die Umsetzung zu kommen. Und auch diese ganzen Handlungsstrategien abzuspeichern. Und dann kriegst du die Gefühlskarten von Emi und Hugo als Druckdatei. Die gibt es inzwischen auch auf dem Markt, sogar weil er mich auch gebeten hat, sie rauszubringen. Du kannst auch zusätzlich, sonst wenn du sie nicht in ausgedruckter Form haben willst, gibt es die auch richtig als Karten. Das sind Gefühlskarten, über die eure Kinder lernen, Gefühle auszudrücken. Schaut mal, die könnt ihr hier aufhängen und dann können eure Kinder lernen, ihre Gefühle zu benennen und werden nach nachweislich darüber selbstbewusster, weil sie einen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen und lernen, ihre Gefühle zu benennen. Sowohl das Workbook als auch die Karten auf euren Wunsch hin wurde das inzwischen alles in gedruckter Form angeboten. Im Bindungskurs sind die digitalen Formate erhältlich und du kannst dir die anderen Sachen sonst noch dazuholen. Was auch dabei ist, Ausmalbilder aus, Schneidebilder, Stickerformate zum Ausschneiden, Ausdrucken, Bildkarten zum Beschriften und dieses eine Mal, weil ihr auch Teil, ach, ich habe noch was vergessen, die Kindergeschichten sind noch dabei. Es gibt Hördateien mit Emmy und Hugo und die helfen deinen Kindern dabei, Gefühle zu benennen. Du kannst die Geschichten vorlesen oder sie als Hördatei anhören mit deinem Kind und es gibt Bindungsspiele. Das heißt, diese Gefühlskarten können gemeinsam mit Bindungsspielen gespielt werden. Das heißt, du weißt ganz genau, was du mit den Karten machen kannst mit deinem Kind, um in Verbindung zu kommen und auch mal Konflikte aufzuarbeiten, die ihr vielleicht hattet in der Familie. Und bis zum 24. Januar habe ich natürlich für alle, die im Webinar dabei waren, eine Aktion und zwar gibt es zwei Geschenke von mir für alle, die sich bis zum 24. Januar für den Bindungskurs entscheiden. Wir sehen uns nämlich zusätzlich in zwei Live-Veranstaltungen am 8. März und am 19. März zusätzlich als Geschenk obendrauf. Das heißt, bis zum 24. Januar den Bindungskurs sichern und diese zwei zusätzlichen Live sichern und es gibt für alle einen Rabatt von 50 Euro, die jetzt hier beim Webinar mit dabei sind. Und du siehst jetzt im Chat auch schon den Link und kannst über diesen Link ganz direkt auch den Bindungskurs über den Link zum Beispiel kaufen oder du schaust ihn dir nochmal ganz in Ruhe auf meiner Webpage an, das kannst du genauso machen, um nochmal zu gucken, ob der Bindungskurs was für dich ist und ich freue mich riesig auf dich, falls du dich dafür entscheidest, im Kurs mit dabei zu sein und möchte einmal ganz kurz schauen. Ach, ich bin doch wunderbar in der Zeit, weil ich möchte euch noch ganz kurz was vorstellen. Nicht nur den Bindungskurs möchte ich euch vorstellen, sondern natürlich auch den Preis noch. Das ist der Kurs wert und noch viel mehr. Ihr könnt allerdings auch in Raten bezahlen und könnt die erste Rate dann mit den 50 Euro liegt bei 40 Euro und könnt dann ganz entspannt über die Monate hinweg den Kurs begleichen, weil ich weiß, dass es sonst vielleicht auch zu viel auf einmal für viele von euch ist. Und tatsächlich lohnt es sich, ich finde, man gibt Geld für so viel aus, zu investieren ins Familienleben, in die Beziehung zu euren Kindern. Ich kann nur sagen, ich stehe hundertprozentig dahinter, ich hasse eigentlich verkaufen, nur bei dem Bindungskurs verkaufe ich liebend gerne, weil ich einfach weiß, dass ich dadurch was Gutes in eurer Familie tragen kann und in diesem Kurs steckt einfach alles drin, was wichtig ist. Ihr braucht danach aus meiner Sicht auch keinen Erziehungsratgeber mehr lesen, es sei denn, ihr lest gerne. Im Bindungsworkbook ist alles gesammelt drin, was entscheidend ist für die gesunde Entwicklung eurer Kinder und für mehr Leichtigkeit in eurer Familie. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn du in der Bindungsgruppe bist, das sind ja schon tausende von Menschen, dass du dir eine jährliche Begleitung sicherst. Also alle Menschen, die in der Bindungsgruppe sind, können nämlich exklusiv auf meine Bindungsinsel kommen und die Bindungsinsel wird wieder eröffnet, ab Anfang Mai, nee, Anfang April, was sage ich denn? Ab 1. April, da kannst du einen Flug auf die Insel nehmen, das ist das sogenannte Elterncamp mit mir für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder. Da machen wir übrigens auch viel innere Kindarbeit, damit du lernst, deine alten Muster zu überwinden, auch so deine alten Verletzungen zu heilen und viele Eltern sind auf der Bindungsinsel, weil sie eben sagen, sie möchten im Tun bleiben. Wir üben da übrigens auch immer wieder die Sachen aus dem Bindungskurs und dadurch kommst du halt auch wirklich in die Umsetzung. Das heißt, wenn du jetzt den Bindungskurs startest, kannst du dir eine Anschlussbegleitung sichern, erstmal durch die Lives im März, sie gibt es ja nur dieses eine Mal bis nächste Woche und ich begleite dich dann, wenn du möchtest, wenn du dich noch für die Bindungsinsel entscheidest, ab dem 1. April und dafür gibt es auch noch einen Gutscheincode für die Bindungsinsel, das ist nämlich unser Wohlfühlort für Eltern, voller Fürsorge, Sicherheit und Vertrauen und dieser Gutscheincode, den kannst du dir jetzt am besten notieren, falls du ihn dann einlösen möchtest, wenn du schon in der Bindungsgroup bist und noch nicht auf der Bindungsinsel kannst du ihn dir auch notieren, Wohlfühlort 30, das ist der Gutscheincode, löse ihn sehr, sehr gerne ein, sobald ich die Bindungsinsel wieder öffne, weil wir waren jetzt nämlich, also hunderte von Eltern waren jetzt auf der Bindungsinsel ein Jahr mit mir und die wollen auch die meisten bleiben, das ist so schön und jetzt starte ich nochmal mit einer neuen Gruppe auf der Bindungsinsel, um euch wöchentlich zu begleiten und jetzt ist es endlich soweit, es gibt noch als Geschenk für alle, die noch geblieben sind und zwar habe ich eine kleine Audiodatei, eine Meditation zum Thema Grenzen zeigen für euch, die könnt ihr euch jetzt einfach runterladen und diese Meditation hilft euch in diese Klarheit und Ausstrahlung zu kommen, es ist ja oft nicht so leicht auch diese Grenzen auszustrahlen und da hilft es oft mit bildlichen Vorstellungen zu arbeiten und dafür habe ich diese Meditation entwickelt, damit du von dir dieses Bild entwickelst und gerne möchte ich jetzt auch noch ein paar Bilder, die ihr vielleicht von euch habt, wenn ihr mit Klarheit und Liebe Grenzen zeigt, sammeln im Chat, also wie seht ihr euch, wenn ihr mit Klarheit Grenzen zeigt, wie seht ihr euch da, vielleicht möchtet ihr das mal in den Chat schreiben, ich kriege hier ganz viel Wertschätzung, ich bin ganz gerührt, die Meditation, die kommt jetzt im Chat über einen Link, den die Conny teilt und ihr könnt einfach auf den Link klicken und wenn ihr auf den Link klickt, die Conny teilt ihn immer wieder, da ist er gerade schon gekommen, dann könnt ihr euch die einfach kostenfrei runterladen. Kerstin sagt, sie sieht sich wie eine Kapitänin, hat alles im Blick, wenn sie Grenzen zeigt, auch nach dem Bindungskurs, Kerstin, ich weiß, du warst im Bindungskurs, wer hat noch ein Bild? Oh, viele haben den Kurs gebucht, ich bin total happy, das freut mich, dass ich euch begleiten darf, ich sag's euch, es lohnt sich, es lohnt sich sowas von, es bringt euch viel mehr Leichtigkeit, es wird so viel mehr Liebe in eure Familie bringen, das was da in dem Kurs steckt, das ist einfach alles, was wichtig ist für euch und ich habe versucht, alles, was ich in Einzelberatungen so mühsam vermittle, das oft dann auch manchmal wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein ist, wenn ich euch jetzt nur einmal durch so ein Webinar begleiten kann, das ist halt leider damit nicht getan, es braucht einfach mehr und deswegen gibt es diesen Bindungskurs und es lohnt sich so sehr, weil ich finde ja immer, wir geben für so viel Geld aus, ich finde, man sollte mehr in persönliche Weiterentwicklung und Beziehungen investieren, ich fange das auch mehr und mehr an, ich gebe auch viel mehr Geld dafür aus, mich weiterzuentwickeln, muss ja auch immer weiterkommen und wachsen und deswegen finde ich, Leute, auf was wartet ihr noch? Genau, das Wacko kann man nur in Verbindung mit dem Kurs kaufen, genau, weil da steckt ja alles drin und das Workbook ist genauso aufgebaut, dass immer die ganzen Videos dazu passen, da sind auch alle Lernpläne drin, das ist ein Paket. So, der Link kommt jetzt nochmal von der Conny zur Meditation. Den Kurs kann man total im eigenen Tempo absolvieren, genau, also du entscheidest, wann du weitermachst, das habe ich extra so gesteuert, weil ich weiß, ich habe jetzt schon viel Erfahrung mit Online-Kursen, dass es Eltern wahnsinnig unter Druck setzt, wenn Lerntag 1 ist und dann am nächsten Tag schon die Mail für Lerntag 2 kommt und deswegen steuert ihr in einem ganz eigenen Tempo, ihr löst aus, wann Lerntag 2 kommt, ihr löst aus, wann Lerntag 3 kommt und so könnt ihr mehrere Lerntage zum Beispiel auch an einem Tag machen oder drei Tage Pause, dann zwei Lerntage und die Pakete, die Lernpakete sind so täglich ungefähr 15 Minuten, das heißt, es ist wirklich gut umsetzbar, manchmal vielleicht auch 30 Minuten und das ergänzt eben immer ein Video, eine kleine Übung im Workbook, dann auch Lives von mir, die aufgezeichnet wurden und denkt immer daran, ihr habt mich ja auch nochmal live im März, also wo ihr individuellen Fragen stellen könnt und ich werde es übrigens auch so machen und das, dass ihr es so machen könnt, ich werde es so machen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ach genau, wenn wir uns dann in den Live sehen am 8. März und am 19. März, dass ihr vorab nochmal Fragen stellen könnt, ja, das heißt, ich werde so viele Fragen wie möglich von euch beantworten, allerdings ist es wirklich nur für diejenigen, die jetzt bis zum 24., also nächste Woche Mittwoch den Bindungskurs erwerben, weil ansonsten ist es so schwer, vorher Fragen zu sammeln, um wirklich alle Fragen zu beantworten, das heißt, jeder von euch darf dann auch eine Frage stellen. Genau, es dürfen dann alle bei den Lives mitmachen, allerdings das Fragestellen ist für alle, die jetzt quasi neu kaufen, das ist exklusiv für, das ist dieses besondere Angebot, dieses Webinars, genau, also der Vorteil ist tatsächlich, dass ihr eure Fragen vorab stellen könnt. Oh, hier kriege ich noch von einem Papa Wertschätzung, ich freue mich immer, wenn die Papas hier auch mit dabei sind, es ist irgendwie, ich frage mich dann immer, weil es gibt ja ganz, ganz viele sehr aktive Väter und eigentlich ist es ja völliger Schmarrn, das besonders rauszustellen, weil ihr seid Eltern gemeinsam und doch ist es immer noch so und deswegen betone ich das manchmal so, dass ich einfach so viele mehr, so viele mehr Mütter habe und deswegen ertappe ich mich dann manchmal dabei, dass ich irgendwie die Väter doch wertschätze und ich möchte die Väter natürlich auch wertschätzen und doch ist es so, so normal finde ich und so schön und es sollte zur Gewohnheit werden, dass Eltern gemeinsam an sowas teilnehmen. Die Karten, die Gefühlskarten, die gibt es im Bindungskurs, kann man sie sich super ausdrucken und ansonsten kann man sie sich zusätzlich, weil die sind wahnsinnig hochwertig produziert, auf euren Wunsch hin habe ich das gemacht, abverschbar mit runden Ecken kann man sie sich auch zusätzlich noch erwerben oder auch einzeln, also die Karten kann man sich tatsächlich auch einzeln kaufen über meine Webpage. Das wird, das Werkbuch nicht, die Karten schon. Wow, der Papa hat das Baby bespaßt und guckt sich die Aufzeichnung an. Wer hat denn hier sehr aktive Papas? Weil ich mache natürlich auch viele Beratungen, in denen ich dann immer wieder auch höre, dass viele Mamas sehr alleine sind und freue mich immer so zu hören, einfach, dass ihr als Eltern-Team auftretet. Dafür möchte ich mich so sehr einsetzen und ich danke allen Vätern, die da Vorreiter sind und so mitmachen und nicht nur mitmachen, sondern aktiv ihre Papa-Rolle leben. Wir brauchen Vorbilder wie euch. Es gibt tatsächlich hier viele Väter, also viele Väter, die mit eigenen Vätern aufgewachsen sind, die nicht sehr präsent waren. Das heißt, auch die hatten ja keine Vorbilder. Ja, Josef, ihr seid da wirklich Vorreiter. Ich habe auch übrigens in der Bindungs-Crew gibt es, glaube ich, auch eine Väter-Gruppe, die finde ich auch so wertvoll. Die haben sich dann auch zusammengefunden. Morgen um 21 Uhr kommt die Aufzeichnung. So, meine Lieben, und jetzt nehme ich mir natürlich noch Zeit für individuelle Fragen, auch noch natürlich für Fragen zum Kurs. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich bin gerne noch da und beantworte noch einige Fragen. Ich habe versucht, schon einige im Vortrag zu beantworten und beginne hier gleich mal, weil ich die gerade sehe, mit Ulrike. Ich bedauere sehr, dass ich nicht alles schaffen werde. Ulrike, meine große dreieinhalb Jahre, ist ein totales Fantasiemädchen. Dadurch kommt es oft zu Streits, weil sie nicht zuhört, träumt, andere Dinge macht, als wir besprochen haben, weil sie in ihre Fantasiewelt abdriftet. Außer laut werden hilft einfach nichts, damit sie mitmacht. Ich fühle mich dann schlecht, weiß aber nicht, was ich machen soll. Ich versuche, so viel wie möglich Spielen, Spaß einzubauen, aber irgendwann kann ich einfach nicht mehr. Hast du einen Rat? Ja, mit dreieinhalb ist sie natürlich noch voll in ihrer spielerischen Welt. Und da hilft tatsächlich dieses Humorvolle sehr, dass du dich auf Rollenspiele einlässt und ihr zum Beispiel als Katzen den Boden sauber macht. Ich mache zum Beispiel, ja. Oder dass ihr die Leopardenzähne putzt oder was liegt beim Zähnen putzen zum Beispiel. Das heißt, lass dich wirklich auf die kindliche Welt ein. Ulrike, ich weiß, das ist gerade im stressigen Alltag einfach manchmal unmöglich. Und was uns auch hilft, ist erst in Verbindung gehen. Das heißt, dich zu ihr setzen, Körperkontakt aufnehmen, noch ein bisschen mitspielen und sie dann auch eventuell irgendwo hintragen. Mit dreieinhalb kannst du sie ja auch noch gut tragen und weniger reden, anstatt zu handeln. Handeln ist viel wichtiger. Das Workbook gibt es digital im Bindungskurs und man kann das Workbook zusätzlich erwerben in gedruckter Form. Genau. Also es ist nicht nur digital, aber es ist inkludiert, inkludiert, es ist digital dabei und zusätzlich kannst du es dir noch beim, ich glaube, wenn du es eingibst und den Bindungskurs kaufst, kannst du das einfach noch zusätzlich in den Einkaufswagen legen. So. Genau. Für alle Bindungskursleute, die haben die Vorlesegeschichten alle schon bekommen, die einfach reinschauen in den Kursbereich. also die Vorlesegeschichten, alles war zugänglich in den bisherigen Kursbereichen. Oh, ich freue mich so mit euch, dass ihr viele aktive Papas hier habt und bewundere alle, die zum Beispiel das so alleine stemmen, auch genauso. Also es gibt ja auch viele Alleinerziehende. Thema Schlafen ist riesiges Thema im Bindungskurs. Auf jeden Fall. Und denkt immer daran, Schlaf geht dann, wenn die Bindung intensiver ist. Kinder brauchen viel Sicherheit, Klarheit, Struktur. Das lernt ihr alles im Bindungskurs. Das heißt, darüber werden die Nächte automatisch ruhiger. So, es gibt die Aufzeichnung per Mail, die Unterlagen nicht, aber die Aufzeichnung gibt es per Mail zugeschickt. Und die Aufzeichnung ist dann 48 Stunden lang gültig. Teresa, auf jeden Fall hilft der Kind auch bei Kindern mit besonderen Voraussetzungen. Also gerade autistische Kinder, Kinder mit ADHS, hochsensible Kinder vor allem auch, weil ihr viel schneller lernt, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen. Ich habe viel auch mit autistischen Kindern gearbeitet, Teresa, und da ist ja die Beziehung des A und O und so wichtig, auch diesen Kindern nicht mit Vorurteilen zu begegnen oder auch ins Urteilen zu rutschen. Oft ist es ja so anstrengend, Teresa, weil du ja viel mehr Zeit brauchst und deinem Kind viel mehr Ruhe einräumen musst und deswegen brauchst du auch unbedingt gute Selbstregulationsstrategien, die du auch im Kurs lernst. So, hier noch eine Frage. Mein Sohn sagt selbst nein, lacht und wirft alles Mögliche auf den Boden, obwohl er selbst weiß, dass das nicht okay ist. Die Frage ist, ob er gerade, ich weiß nicht, wie alt er ist, dann ist er wahrscheinlich in der Phase, in der er gerade das Werfen übt. Das heißt, Kinder haben in dieser Phase ein Bedürfnis nach Werfen, deswegen legt eine Wurfkiste an mit weichen Gegenständen, so Softbälle zum Beispiel oder Papierknäueln oder so, Dinge, die eben nichts kaputt machen und lasst dein Kind regelmäßig mit diesen Dingen werfen. Und bei anderen Sachen, zum Beispiel wie der Gabel oder wie auch immer am Tisch, sagst du, die Gabel bleibt auf dem Tisch. Da sagst du nicht, aufzuwerfen oder nicht werfen, sondern du sagst, die Gabel bleibt auf dem Tisch liegen und wenn dein Kind es nicht liegen lässt, kommst du ins Handeln und packst die Gabel weg. Ohne Verurteilung. Dein Kind macht das nicht mit böser Absicht und es weiß auch nicht, da widerspreche ich dir, dass das nicht okay ist, weil dein Kind ist vermutlich noch in einem Alter, in dem es noch nicht weiß oder es ist in dem Moment so emotional, dass es sozusagen nicht mehr Herr seiner Sinne ist und es in dem Moment so emotional ist, dass es das nicht mehr weiß und sich nicht mehr daran erinnert. Oder es macht es, weil es wütend ist und es sich abgrenzen will und dann muss es erst mal lernen, mit der Wut anders umzugehen. Stephanie, mein Sohn Pia fordert zum Einschlafen immer ein Video am Handy zu gucken. Wenn wir ihm das nicht erlauben, schreit und schlägt er Ideen. Okay, das könnt ihr umgewöhnen, das hatte ich ja auch in der Aufzeichnung, jetzt könnt ihr es euch nochmal anschauen drinnen. Das braucht Zeit. Fest steht, euer Kind schaut ab sofort nicht mehr zum Einschlafen dieses Video. Da braucht ihr erst mal eine Klarheit. Denkt immer an eure Klarheit. Ihr seid die Erwachsenen, ihr sorgt dafür und dann entscheidet ihr das jetzt, im Hier und Jetzt, dass das so ist und dann sagt ihr eurem vierjährigen Sohn, morgen bereitet ihr ihn vor und sagt, hey, ab sofort schaffen wir es, ohne Video einzuschlafen. Was brauchst du, damit du das schaffen kannst? Dann könnt ihr überlegen, ein Kuscheltier und dann wird er vielleicht sagen, nein, es geht nur mit Video und dann sagt ihr, nein, wir als deine Eltern entscheiden, dass es nicht gesund für dich ist und deswegen finden wir andere Ideen und ich würde dann die Bezugsperson nehmen, die mehr Ruhe bewahren kann. Ich weiß nicht, Leon oder Stephanie, wer das ist bei euch und die Person begleitet diesen Frust. Der wird toben, der wird toben, der wird ein Tag toben, vielleicht zwei Tage, am dritten Tag wird er es irgendwann verstehen, akzeptieren. Es kann auch sein und das ist das Verrückte, also das ist wirklich verrückt, dass manche Kinder dann merken, Mama und Papa sind sich so sicher und diese Klarheit hilft ihnen so dabei, dass sie noch nicht mal toben. Also, dass sie durch diese Klarheit so viel Sicherheit spüren, dass es toben gar nicht mehr nötig ist. Es kommt ein bisschen aufs Temperament der Kinder an. Barbora sagt, mein Kind nennt mich seit kurzer Zeit immer böse Mama, Mama, blöde Mama, gemeine Mama, wenn etwas nicht hundertprozentig passt. Wie ist es am besten, darauf zu reagieren? Du sagst zum Beispiel, du hast gerade gesagt, böse Mama. Kann es sein, dass du richtig wütend bist und dass du zum Beispiel gerade das und das spielen wolltest? Das heißt, du wiederholst nochmal wertfrei, was dein Kind gesagt hat. Du hast gerade gesagt, böse Mama und übersetzt willst du mir sagen, dass du dich richtig ärgerst oder dass du richtig genervt bist. Und so hilfst du deinem Kind rauszufinden, übrigens auch gemeinsam mit den Gefühlskarten, was dein Kind fühlt. Und dann fängt dein Kind irgendwann an zu sagen, ich bin genervt, anstatt zu sagen, böse Mama. Das heißt, es hat noch keine bessere Strategie und kann Gefühle halt auch noch nicht benennen. Und deswegen sagt es böse Mama. Es ist gar nichts gegen dich, weil, Barbora, du bist bestimmt eine wundervolle Mama. Und eine sehr liebe Mama. Nur in dem Moment bist du einfach dann der Prellbock und dein Kind weiß nicht wohin und da es Vertrauen hat, dass du es liebst, versucht es eben, das an dir auszulassen. Das ist eben der undankbare Job, manchmal als Mama oder auch als Papa, dass man immer alles abkriegt, weil die Kleinen halt wissen, die Person liebt mich, egal was passiert. Eigentlich ist es auch irgendwie ein schönes Kompliment, finde ich. Ich finde es auch irgendwo, es hilft manchmal, es besser auszuhalten. Lisa Maria. Ja, ich werde bestimmt bald eine Podcast-Folge aufnehmen zu ADHS. Tatsächlich habe ich das geplant. Was bedeutet es, fragte Vivian, wenn ein Kind in Papa haut, schreit, Papa weg, sobald wir zu dritt sind. Dann bedeutet das, dass deinem Kind vermutlich die Aufmerksamkeit in dem Moment fehlt, weil dein Kind ist vielleicht gewohnt, immer Zeit mit dir zu haben. Und es kann auch sein, Vivian, dass du bisher sehr viel allein mit deinem Kind warst und dein Kind noch nicht die Erfahrung gemacht hat, dass es auch mit Papa alleine sehr schön sein kann. Und dann wäre es wichtig, dass du dich öfter mal rausnimmst und deinem Mann und deinem Kind die Chance gibt, dass sie ihre Beziehung intensivieren. Es klappt meistens sehr gut, wenn die zu zweit sind. Und das ist für viele Mamas übrigens auch sehr schwierig, das auszuhalten, dass das Kind da mit dem Papa eben alleine ist. Auch wenn dein Kind vielleicht noch ungern, wenn Papa alleine bleibt, probiert es immer wieder, erst in kleinen Zeitabständen, immer in Momenten, in denen dein Kind auch gut drauf ist. Und vielleicht möchte es sagen, also da könntest du auch wieder übersetzen, wenn dein Kind sagt, Papa weg oder wie auch immer, dann gehst du hin und sagst, oh, du bist sauer, weil du würdest die Mama am liebsten nur für dich alleine haben oder du möchtest mich am liebsten nur für dich alleine haben. Und dann sagst du, und der Papa gehört auch dazu und begleitest diesen Frust. Also auch da, ihr könnt ja nicht immer, dein Mann kann ja nicht immer aus dem Raum gehen. Also das war ja so wie vorher mit der Geschichte, wo das Kind morgens bestimmt hat, dass der Papa nicht mehr ins Bett kommen darf. Also da hört es irgendwo auf. Also so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Weil ansonsten ist es schon ein Stück weit so, dass Kinder auch zu viel Verantwortung kriegen. Also wenn die solche Sachen entscheiden, dann sind die überfordert mit so viel Verantwortung. Genau, das Workbook Digital ist im Bindungskurs inkludiert, also inklusive und das Workbook in Papierform kannst du noch zusätzlich erwerben. Vierte, auf jeden Fall ist der Kurs auch für größere Kinder geeignet, gerade auch, also zusätzlich, weil in Modul 4 zeige ich dir ganz viel darüber, wie du mit deinen Kindern sprechen kannst. Und das wird dir ja besonders dann, wenn deine Kinder älter sind, wichtig. Es sind viele Rollenspiele, wie mit Kindern geredet wird, auch wie mit einem Teenager geredet wird, zum Beispiel ein Rollenspiel ist, wie ein Kind abends zu spät nach Hause kommt und Grenzen überschreitet. Und da zeige ich dann, wie so ein Gespräch aussehen kann. Also es gibt immer für alle Altersphasen im Bindungskurs Beispiele. Und es geht auch im Bindungskurs, bitte, stark darum, diese Haltung zu ändern. Und du wirst merken, du wirst viel schneller erkennen, was dein Kind dann braucht. Die Bedürfnisse verändern sich hier quasi nicht vom ersten Lebensjahr bis zum 16. und es verschiebt sich nur so ein bisschen. Also kindliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Autonomie, Bewegung, Zugehörigkeit, all das, das zeige ich euch auch alles im Kurs, die bleiben immer gleich. Nur je nachdem, wie gut und schnell du sie erkennst, ist dein Kind ausgeglichener oder weniger ausgeglichen. Und gerade bitte, je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist es, mit ihnen in Verbindung zu bleiben, weil die sich ja eh so stark von einem abgrenzen, sobald sie dann ins Teenageralter kommen. Und da dürfen wir die Kleinen nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Chris, ja, dein Kind ist zwei Jahre alt und wirft viel. Das ist die Wurfphase. Die Wurfkiste bitte. Unbedingt. Und dann sehr klar sein, die Gabel bleibt liegen oder der Stein bleibt liegen. Dass du immer zeigst, dass auch harte Gegenstände nicht geworfen werden dürfen. Da bleibst du sehr bestimmt und sehr klar und nimmst dein Kind dann auch von dem Gegenstand weg oder packst den Gegenstand dann auch sofort weg. Auch wenn dein Kind weint, das ist total okay. Okay, Lea sagt, mein kleiner Anderthalb haut ganz oft nach den Hunden. Immer wenn sie da sind, wirft er sein Spielzeug nach ihnen. Okay, Lea, deine Aufgabe wäre, rauszufinden. Was steht dahinter? Möchte er mit ihnen spielen? Oft ist Hauen in dem Alter Kontaktaufnahme oder weiß er noch nicht, wie das geht. Also du könntest dann sagen, schau mal, du kannst die Hunde streicheln und dann hingehen und seine Hand nehmen und liebevoll streicheln oder aber, er ist eifersüchtig, ich weiß nicht, ob er auch ein Schwesterchen oder so gerade kommt oder ihr auch noch ein Baby habt, dann könnte es durchaus sein, dass die Hunde ihm seine Mama wegnehmen und dass er deswegen sauer auf die Hunde ist. Dann könntest du sagen, oh, du ärgst dich und ihm in dem Moment ganz viel Nähe schenken. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, weil du vielleicht denkst, boah, der wirft, dann soll ich ihm auch noch Nähe schenken, nur das ist genau das, was er braucht, um aufhören zu können. Verena fragt, hallo, ich habe eine Frage. Meine Tochter viereinhalb fragt zum Beispiel nach Medienzeit. Wenn ich dann ein klares Nein sage, sagt sie, okay, aber dann kriege ich jetzt was Süßes oder ich mache was kaputt oder haue dich. Wie gehe ich hier am besten vor? Okay. Dein Kind ist dann frustriert, dass es nicht entscheiden durfte. Und wahrscheinlich Medienzeit ist übrigens auch oft dieser Wunsch nach Geborgenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, man macht sich so eine Serie an und plötzlich fühlt man sich so geborgen. Also es funktioniert halt leider super gut. Das ist bei Süßigkeiten auch so. Sobald man das Süßes isst, hat man kurzfristig diesen Moment von jetzt ist die Welt in Ordnung. Also wenn ich Schokolade esse, funktioniert leider super. Also ich habe auch riesiges Suchtpotenzial, darum kann ich Kinder so gut verstehen. Also wenn ich rauchen würde oder trinken würde, ich weiß es nicht. Ich bin jemand, es gibt ja Menschen mit mehr und weniger Suchtpotenzial, das ist bei Kindern auch. Und drum weiß ich einfach, dass ich auf die Sachen verzichte. Außer beim Medienkonsum, da bin ich dran. Also mir ist zum Beispiel auch Serien, darf ich eigentlich nicht schauen, weil mache ich einen Serienmarathon. Ich weiß nicht, wer auch noch zu den Menschen gehört. Und deswegen, Kinder suchen in dem Moment oft nach Geborgenheit, um auf deine Frage zurückzukommen. Und dann ist es ganz wichtig, ihr das zu schenken. Was Süßes ist eigentlich auch der Schrei nach Geborgenheit oft und nach Nähe, nach Kuscheln. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn du sie davor gehört hast und gesagt hast, ich habe gehört, du würdest so gerne jetzt noch die Folge gucken. Und das ist ganz schwer für dich, dass ich jetzt Nein sage. Und gleichzeitig entscheide ich das als deine Mama, weil es ist schon spät oder wir gehen jetzt ins Bett, was auch immer. Und dann, wenn dein Kind es dann sagt, dann würde ich auch übersetzen und sagen, du willst mir eigentlich gerade zeigen, dass du dich ganz arg ärgerst und selber entscheiden wolltest oder vielleicht brauchst du Nähe. Das heißt, ich würde eher versuchen, deinem Kind Nähe zu schenken. Eventuell, wenn es wütend ist, kannst du auch kurz spielerisch mit ihm kämpfen und sagen, okay, dann darfst du jetzt die Wut rauslassen. Dann holst du ein großes Kissen und stellst dich in den Raum und dein Kind darf auf das Kissen einschlagen oder sowas. Vielleicht könnt ihr das dann spielerisch umlenken. Ganz kurze Antwort. Der Rabatt für die Bindungsinsel ist für alle, die neu auf die Bindungsinsel kommen. Und für alle, die jetzt auf der alten Bindungsinsel sind, die kriegen von mir ganz bald Bescheid, wie das Angebot für sie sein wird, um auf der Bindungsinsel zu bleiben. Sabrina. Mein Sohn schreit, wenn ich ihn wickeln will, da bin ich zu hundertprozentig bei ihm, versteckt dahinter. Schmerzen sind ausgeschlossen. Sabrina, das ist eindeutig Autonomie beim Wickeln. Das ist ähnlich wie beim Zähneputzen. Dann geht es ja um den Körper und es ist auch gut, dass dein Sohn selbst bestimmen will. Und deswegen unbedingt eigentlich diese Windeln kaufen, wo dein Kind reinsteigen kann, im Endeffekt im Stehen wickeln. Versuchen da wirklich auch diese körperlichen Grenzen zu wahren. Es sei denn, es geht so gar nicht. Dann ist irgendwann halt auch wichtig, wenn zum Beispiel die Windel dann wahnsinnig nass ist, geht es ja um die Gesundheit. Dann hast du wieder ein klares Warum. Und dann sagst du so, die Windel wird jetzt angezogen. Währenddessen schenkst du ihm Einfühlung. Davor lässt du ihn noch irgendwas bestimmen. Zum Beispiel darf er entscheiden, welche Windel er aus der Packung nimmt zum Beispiel. Oder wo er gewickelt werden möchte. So kannst du so ein bisschen dieses Autonomiebedürfnis noch stillen und ihn respektieren mit seinem Wunsch. So, ich merke gerade, ich kann hier eigentlich die Freigabe stoppen. Dann seht ihr auch mehr von mir. Ja, auch schon mal früher drauf kommen können. Ich gucke mal, wie spät es ist. Ich beantworte insgesamt noch fünf Fragen, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. So wie bei Kindern mache ich das jetzt. Ich gucke mal, was ich da noch für Fragen finde nach dem Zufallsprinzip. Ich würde meiner Tochter 3 die Flasche für zum Einschlafen abgewöhnen. Hast du einen liebevollen Tipp? Ja, also tatsächlich ist es so, dass deine Tochter ja das nutzt, um sich zu beruhigen. Eine wundervolle Beruhigungsstrategie ist das Nuckeln. Ich kann dich jetzt gleich mal beruhigen. Das nahrungsunabhängige Nuckelbedürfnis, das dauert nur so ungefähr bis zweieinhalb Jahre. Das heißt, ein Kind mit 3 hat dieses nahrungsunabhängige Nuckelbedürfnis nicht mehr. Es ist dann irgendwann eine Gewohnheit. Und deswegen solltet ihr erst mal tagsüber andere Strategien üben, wie dein Kind sich beruhigen kann. Und erst, wenn diese Strategien so ein bisschen etabliert sind, zum Beispiel mit einem Schnuffeltuch oder vielleicht mit einem Kuscheltier, irgendwas, was dein Kind stattdessen nehmen kann oder durchstreicheln, durchmassieren. Und das macht ihr immer, wenn ihr zum Beispiel eine kleine Ausruppause macht. So fangt ihr an. Und dann würde ich langsam anfangen, das am Abend so zu machen, dass immer dieses Ritual auch vor dem Einschlafen noch kommt. Also erst dann das neue Ritual und dann noch die Flasche. Und dann irgendwann sagst du deiner Tochter und ab heute Abend gibt es keine Flasche mehr, sondern da gibt es nur noch das Schnuffeltuch zum Beispiel und du kündigst es an. Und dann heißt es, den Frust liebevoll begleiten und ihr ganz konsequent keine Flasche mehr zu geben. Heike, ähnlich ist es beim Schnuller abgewöhnen. Also das Ding ist so ein bisschen, ich kann gerade bei diesen Abgewöhnungsthemen euch jetzt so eine Antwort geben, nur eigentlich ist das auch echt oft etwas, was ich dann wirklich gerne auch ausführlich zum Beispiel im Live jetzt im März oder so mit euch machen würde in der Bindungscrew, weil gerade dieses Abgewöhnen braucht einfach viel liebevolle Begleitung. Auch hier, Heike, würde es bedeuten, mit dem Schnuller abgewöhnen, eine andere Strategie üben. Und ihr könnt dann zum Beispiel auch je nachdem, wie alt eure Kinder sind, so ein gemeinsam irgend so ein Übergangsobjekt besorgen, zum Beispiel irgendein schönes neues Kuscheltier kann das auch sein, nicht als Belohnung, sondern so als, sage ich mal, Objekt, das einem Stärke gibt, wie zum Beispiel so ein Drache, der ganz viel Kraft hat und der dabei hilft, dass man den Schnuller abgeben kann. Und immer, wenn dein Kind den Schnuller haben möchte, kannst du dann sagen, guck mal, hier ist dein Drache und der gibt dir jetzt ganz viel Kraft. Auch das kann zum Beispiel helfen, wenn Kinder gerade mit vier ja in der magischen Phase sind. So, das war Nummer zwei. Hier kriege ich noch ganz viel Wertschätzung. Das freut mich sehr. Vielen Dank, liebe Jana. Tanja sagt, das Zimmer aufräumen funktioniert nie ohne jammern. Was kann ich tun? Tanja, ich habe eine Podcast-Folge. Was tun, wenn Kinder ständig jammern? Hör dir die gerne an, ganz ausführlich. Und jammern ist ja oft so ein Ausdruck von einem bestimmten Gefühl. Das heißt, vielleicht, Tanja, hast du gelernt, dass man Gefühle nicht ausdrücken darf. Deswegen versuch auch du doch mal, dir zuzugestehen, manchmal zu jammern. Und vielleicht kannst du dann einfach sagen, hey, ich merke, dass du hast überhaupt gar keine Lust aufzuräumen. Gleichzeitig ist es dir ja auch wichtig und mir wichtig, dass es ordentlich ist. Was können wir denn machen, dass es leichter für dich wird? Nur das Jammern würde ich tatsächlich gar nicht so negativ bewerten, sondern hinter jammern steckt ja oft so eine Traurigkeit oder vielleicht auch eine Verzweiflung. Versuch eher, die Gefühle deines Kindes zu benennen, weil in jammern steckt schon so eine negative Wertung drin und sobald man etwas negativ bewertet oder verurteilt, wird es eher noch stärker. Also, wenn du zum Beispiel sagst, hör auf zu jammern, das wirst du wahrscheinlich so nicht sagen. Tanja, nur das Jammern solltest du nicht so betonen, sondern eher sagen, ich weiß, du bist gerade frustriert oder ich weiß, du bist gerade verzweifelt und was können wir denn machen, damit es leichter für dich wird? Versteht, wir räumen jetzt das Zimmer auf, ich helfe dir auch gerne. So, dann kommt jetzt Nummer vier. Unser siebenjähriges Kind schafft sich nicht, an Routine regeln, sich zu halten. Das heißt, morgens Zähne putzen, Gesicht waschen, frische Unterhose anziehen. Okay, dann Katha, brauch dein Kind unbedingt mehr liebevolle Führung. Das heißt, sie braucht, obwohl sie sieben Jahre alt ist, morgens jemand, der an ihr dran ist. Das heißt, du stehst mit ihr auf, kuschelst erst mal, dann nimmst du sie, also wirklich, sinnbildlich gesprochen, fast schon an die Hand und sagst, so und jetzt gehen wir Zähne putzen, jetzt machen wir das. Das heißt, du darfst sie sozusagen nicht aus den Händen geben am Morgen. Das heißt, auch liebevolle Führung, du führst sie durch den Morgen, weil sie wird vermutlich noch müde sein und je müder ein Kind ist, je unerfüllter die Bedürfnisse sind, desto mehr Führung brauchen sie noch und je häufiger ihr das übt und gemeinsam macht, ja, ich weiß, es ist nochmal schwer, so ein siebenjähriges Kind auch zu unterstützen, allerdings lohnt es sich, weil desto routinierter wird sie, desto mehr Fähigkeiten entwickelt sie auch, dass sie das selber irgendwann macht und wichtig ist, dass du währenddessen in der Liebe bleibst und nicht gestresst bist, was oft auch am Morgen schwer ist. Ich weiß, es sind hohe Erwartungen, die man oft an Eltern hat. Du kannst es ja mal ausprobieren. Und jetzt die Nummer 5. Grenzen Medienzeiten werden nicht respektiert, egal wie die Kommunikation und Absprache davor war. Okay, wenn ein Kind die Grenzen nicht respektieren und akzeptieren kann, kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie alt das Kind gerade ist, braucht es mehr Führung. Das heißt, eventuell bedeutet das, ein Gerät kommt weg, ein Computer kommt aus dem Zimmer, ein Handy kommt nachts zu den Eltern in die Schublade. Da bin ich wirklich, was das angeht, ganz klar, ein jugendliches Kind braucht da auch noch Führung, weil sonst hängen die die ganze Nacht vor YouTube. Und, also ich weiß, ich kenne viele Jugendliche, mit denen ich gearbeitet habe, die auch gesagt haben, ich brauche das, dass mir jemand das Handy wegnimmt. Oder ich kenne auch Jugendliche, die zu meinen Kollegen mal gesagt haben, da waren sie auf dem Ausflug und dann hat ein Junge zu ihm gesagt, 16, ja, wieso haben sie uns denn unsere Handys nicht weggenommen? Ist doch klar, dass wir da nur dranhängen. Das heißt, die Kinder schreien danach, dass wir ihnen wirklich, was das angeht, das wegnehmen. Wichtig ist nur, das nicht aus Macht heraus zu machen, zu sagen, ich nehme es dir weg, weil ich es kann, sondern zu sagen, ich mache das, weil ich dich liebe. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, das war die Nummer 5. Ich bleibe liebevoll bei meinen Grenzen, was auch übrigens damit zu tun hat, dass ich meinen Schlüsselbein gebrochen habe. Man sieht es, glaube ich, nicht mehr. Hier ist so ein Huggel und hier ist es auch braun und blau und alles. Ich war Schlittenfahnen mit meinem Patenkind und deswegen merke ich jetzt auch schon, wie die Schmerzen einsetzen, sonst würde ich euch auch gerne noch ein paar mehr Fragen beantworten. Nur ich glaube, es ist jetzt Zeit für mich aufzuhören. Ich achte liebevoll auf meine Grenzen und danke euch so sehr, dass ihr heute Abend mit dabei wart, fürs Mitmachen und bin ganz gespannt, wenn ich ganz bald auch in der Bindungscrew begrüßen darf und vielleicht ja auch Menschen, die dann mit auf die Bindungsinsel kommen, sich noch ein weiteres Jahr von mir begleiten lassen. Ich bin sehr gerne für euch da, unterstütze euch bei allem und bin einfach ganz, ganz dankbar, dass ich über euch so wirksam sein darf, für euer Interesse ein großes, großes Dankeschön. Alle Infos kriege ich übrigens nochmal per Mail. Morgen Abend 21 Uhr kommt die Aufzeichnung. Und jetzt verabschiede ich mich schlaft alle schön. Passt gut auf euch auf. Passt gut auf eure Grenzen auf. Vielen Dank für die guten Besserungswünsche. Es ist auf einem guten Weg. Ich muss nicht operiert werden und alles. Genau, ich zeige euch das kurz. Ich habe hier immer den Arm so, ganz brav hier an der Seite. Das hilft nämlich. Eigentlich habe ich so eine Schlinge, nur ich habe jetzt entschieden, dass ich heute Abend diese Schlinge nicht tragen muss, finde ich. Ihr Lieben, schlaft gut. Danke für eure Wertschätzung. Das bedeutet mir sehr viel. Ich gebe es zu. Ich schaue jetzt noch eine Folge. Wer schaut auch noch eine Folge oder wer ist schon müde? Ich schaue gerade so eine Präsidentenserie, die ist echt cool. Müde, wer geht ins Bett? Ich schaue, hier sind noch ein paar, die schauen. Hier sind viele Serien-Chunkie, so wusste ich es. Ich habe euch erwischt. Ich bin nicht allein, danke, dass ihr euch outet. Ich habe mir selber liebevolle Führung verpasst. Ich sage es euch, was es angeht. Wie schreibt jemand, ich habe auch eine Schlinge am Oberarm. Och je. Es sind hier noch mehrere. Ja, Schlitten fahren. Das ist ja so eine Sache. Aber der Tag mit meinem Patenkind war dafür wundervoll. So gerne. Ich freue mich auch riesig, für alle, die hier nicht in die Bindungsruhe kommen, dass einfach dieses Thema so weite Verbreitung findet. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und für alle, die da noch mehr investieren möchten und noch mehr in die Umsetzung kommen möchten und das wirklich nachhaltig umsetzen möchten, die kommen zu mir in die Bindungscrew. Die verändern hier das Familienleben. Oh, Nadja braucht eine neue. Die heißt irgendwie, warte, bei Netflix, irgendwas mit Survivor. Genau. Survivor gibt es mal ein. Die Präsidentenserie. Ach genau, es gibt seit Neuestem eine Präsentation für alle Kitas und Schulen, in der mein Fachkräftekurs vorgestellt wird, ihr Lieben. Gut, dass ihr mich fragt. Alle, die diese Präsentation haben möchten und da sind auch Videos von mir drin übrigens, der ganze Fachkräftekurs wird wundervoll vorgestellt und meine wundervolle Nathalie aus dem Team, die auch pädagogische Fachkraft ist und ganz begeistert von dem Kurs, die stellt den Kurs auch sehr gerne in der Einrichtung vor, die macht sogar einen Termin mit den jeweiligen Schulleitungen aus und den Einrichtungsleitungen. Das heißt, das ist ein neues Projekt, das ich gerade auf die Beine stelle. Das heißt, gerne einfach an meine liebe Conny schreiben aus dem Team an mail at mein-erziehungsratgeber.de und dann werdet ihr an die Nathalie weitergeleitet. Und ja. Oh, und Saskia, was am Freitag, am Freitag kommt es nicht im Fernsehen. Ich werde es am Freitag in meiner Story posten und ich glaube, ich schicke auch ein Newsletter raus. Die Kinderserie heißt Stark mit Fidi. Gott, ich bin so schön geworden. Ich weine jedes Mal, wie die Eltern dann mit ihren Kindern umgehen. Und es wird immer gezeigt in der Serie, wie man nicht mit Kindern umgehen sollte und dann, wie Einfühlung geht. Fidi, die Fledermaus kommt dann zum Beispiel und sagt, oh, du bist gerade ganz traurig, weil die Eltern sie zum Beispiel geschimpft haben und du hättest eigentlich das und das gebraucht und was könnten wir da denn jetzt machen? Und Fidi, die Fledermaus ist einfach die einflussamste Fledermaus der Welt und danach kommen Eltern und Kinder wieder in Verbindung und Fidi hilft dabei. Das ist einfach, das fand ich gleich wieder, einfach rührend, weil, genau, das ist die Serie, die Kinderserie bei Kika und die läuft dann immer samstags. Und ich glaube, am Samstag wird sich das erste Mal im Fernseher ausgestrahlt. Sie gibt es natürlich aber auch immer bei YouTube umsonst zum Anschauen. Ich könnte mal gucken. Stark mit Fidi. Googelt es mal und ich werde auf jeden Fall Newsletter rausschicken und euch noch rechtzeitig informieren. auf YouTube gibt es das auf jeden Fall auch, genau. Silvana, ja, besser spät als nie. Und du weißt ja, es ist auch nie zu spät, um die Beziehung zu den eigenen Kindern nochmal anders aufzustellen und auf Bestrafung schimpfen und schreien zu verzichten. Dafür gibt es den großen Bindungskurs und auch die Bindungsinsel. Und ich begleite so viele Menschen, darauf bin ich, so dankbar für. Okay, ich mache jetzt Schluss. Es fällt mir schwer, mich zu trennen, wie immer. Ich klicke jetzt auf Rot. Und für alle, die Bock haben, meinen Fachkräftekurs in die Einrichtungen, in die Schulen zu bringen, bitte der Conny schreiben, wir stürmen die Schulen und Einrichtungen, damit mehr Liebe einkehrt und mehr Verständnis für die Kleinen auch in Kitas und in Schulen. Das wird ein wundervolles Projekt dieses Jahr. Ich denke, das ist ganz groß. Das darf überall hin. Hat auch schon super funktioniert. Also es sind schon viele Einrichtungen dabei. Ja, da braucht es viel Vertrieb. Ja, Vertrieb ist ja auch nicht so meins. Und ich bin so dankbar, dass die Menschen auf mich zukommen. Conny, kannst du schreiben über Mail at mein-erziehungs-ratgeber.de Bis dann, meine Lieben. Gute Nacht. Danke.